Thomas Harris, roter Drache Will Graham ließ Crawford an dem Gartentisch zwischen dem Haus und dem Meer Platz nehmen und bot ihm ein Glas Eistee an. Jack Crawford betrachtete das schöne alte Haus, dessen Holz in dem klaren Licht salzversilbert schimmerte. Hätte dich besser in Mariton abfangen sollen, als du nach der Arbeit nach Hause fuhrst, begann er. Ich kann mir gut vorstellen, dass du hier nicht darüber sprechen willst. Ehrlich gestanden möchte ich nirgendwo über die Sache sprechen, Jack. Doch nachdem sich dies nun einmal leider nicht umgehen lässt, bringen wir es besser hinter uns. Molly und Willi werden nämlich gleich zurück sein. Wie viel weißt du bereits? fragte Crawford. Nur was im Miami Herald stand. Zwei Familien, die im Abstand von einem Monat in ihren Häusern ermordet wurden. In Birmingham und Atlanta. Die Umstände waren sehr ähnlich. Nicht nur ähnlich, vollkommen identisch. Der Mann hat die Spiegel im Haus zerschlagen und dann die Scherben verwendet. Welche Informationen habt ihr der Prässe sonst noch vorenthalten? Er ist blond, Rechtshänder und außergewöhnlich stark. Hat Schuh Nummer 11. Offensichtlich trägt er bei der Arbeit Handschuhe. Was hattest du bei deinem letzten Fernsehauftritt gesagt? Mit Türschlössern hat er dagegen etwas Schwierigkeiten. Beim letzten Mal ist er mit Hilfe eines Glasschneiders und eines Saughalters in das Haus eingedrungen. Ach ja, und seine Blutgruppe ist AB-positiv. Hat ihn denn jemand verletzt? Nicht, dass wir wüssten. Darauf konnten wir aufgrund der Untersuchung seines Spermas und seines Speichels schließen. Crawford ließ seine Blicke über das ruhige Meer schweifen. Will, du wusstest doch, worum es sich dabei handelt. Natürlich. Ein Psychopath. Ich hab dich nicht angerufen, weil ich nicht glaube, dass ich dir in dieser Sache von allzu großem Nutzen sein könnte, Jack. Das ist für mich endgültig aus und vorbei. Tatsächlich? Immerhin hast du doch zwei geschnappt. Die letzten zwei, derer wir uns annehmen mussten, hast du gefasst. Na und? Ich hab nichts anderes getan, als du und deine Leute auch getan hätten. Das ist nicht ganz richtig, Will. Es ist deine Art zu denken. Du hast immerhin einige Schlüsse gezogen, die du uns nie erklärt hast. Aber ihr hattet doch die Beweise vorliegen. Gewiss, wir hatten die Beweise vorliegen. Eine ganze Menge sogar. Aber erst danach. Zuvor hatten wir so wenig, dass wir nicht einmal ausreichend Gründe für einen Haftbefehl hätten vorweisen können. Ihr habt durchaus fähige Leute, die das für euch erledigen werden, Jack. Ihr habt das beste Labor. Außerdem kannst du auf Leute wie Bloom an der University of Chicago zurückgreifen. Ich glaube nicht, dass ich eine nennenswerte Verstärkung darstellen würde. Außerdem habe ich mich hierher zurückgezogen, um endlich von all dem loszukommen. Ich weiß, beim letzten Mal hast du erhebliche Verletzungen davongetragen. Aber es ist nicht, weil es mich mal erwischt hat. Plötzlich wollte ich einfach nicht mehr. Allerdings glaube ich nicht, dass ich das erklären kann. Zwei kleine bunte Vögel ließen sich in der Hoffnung, ein paar Brösel aufpicken zu können, auf dem Tisch nieder. Crawford beobachtete, wie sie eine Weile darauf herumhüpften. Bill, dieser Irre scheint so etwas wie mondsüchtig zu sein. Die Jacobis in Birmingham hatte am 28. Juni, am Samstag, bei Vollmond ermordet. Die Familie Leeds in Atlanta vorgestern Nacht, am 26. Juli, einen Tag vor dem vollen Ablauf einer Mondphase. Wenn wir also Glück haben, bleiben uns etwas mehr als drei Wochen, bevor er das nächste Mal zuschlägt. Ja, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir ihn eher fassen können, wenn du dich bereit erklärst, mit uns zusammenzuarbeiten. Ich bitte dich, Bill, hilf uns. Komm nach Atlanta und Birmingham, sieh dir das Ganze aus nächster Nähe an und komm dann nach Washington. Graham gab ihm keine Antwort. Crawford stand auf. Wir können ja am Abend nochmal darüber sprechen. Graham hatte Angst, dass er sich genau so an das Ende von Sugarloaf Key erinnern würde. In zwei Teegläsern schmelzende Eiswürfel und Molly und Willi unten am Strand. Später am Nachmittag saßen Will Graham und Molly Foster Graham auf einem vom Meer ausgebleichten, angeschwemmten Baumstamm. Crawford hat mich kurz im Laden aufgesucht, begann sie, bevor er hier rausgekommen ist. Er fragte mich, wie es dir geht. Und, was hast du gesagt? Es ginge dir blendend und er solle dich um Himmelswillen in Frieden lassen. Molly, Crawford war in der FBI-Akademie mein Supervisor. Und diese zwei Fälle waren die einzigen ihrer Art, die ihm je untergekommen sind. Und jetzt liegt neuerlich ein solcher Fall vor. Diese Sorte Psychopathen treten sehr selten in Erscheinung. Und Jack weiß, dass ich mit so etwas, naja, Erfahrung habe. Sein Hemd war aufgeknöpft und gab den Blick auf die schleifenförmige Narbe auf seinem Bauch frei. Sie war einen Finger breit und hob sich leicht von der Hautoberfläche ab. Und sie wurde nie so braun wie seine übrige Haut. Sie verlief von seinem linken Hüftknochen über seinen Bauch bis zum linken unteren Teil seines Brustkorbs. Die Verletzung hatte ihm Dr. Hannibal Lecter mit einem Stanley-Messer beigebracht. Und es hätte ihn um ein Haar das Leben gekostet. Dr. Lecter, der sich in der Regenbogenpresse als Hannibal der Kannibale einen Namen gemacht hatte, war der zweite Psychopath, den Graham gefasst hatte. Ich habe Angst um dich. Falls du dich tatsächlich darauf einlässt, diesen Irren, oder wie auch immer du diesen Menschen nennen willst, zu jagen, habe ich einfach Angst, dass dir dabei Ähnliches widerfahren wird wie beim letzten Mal. Er wird mich nie zu Gesicht bekommen oder auch nur meinen Namen erfahren, Molly. Ihn zu fassen ist doch Aufgabe der Polizei und nicht meine. Crawford ist hauptsächlich an meiner anderen Betrachtungsweise interessiert. Sie beobachtete, wie die rote Sonne ins Meer tauchte. Graham liebte ihre Art, den Kopf zu drehen. Er schluckte, als er hervorstieß. Molly, was soll ich denn tun? Wozu du dich bereits entschlossen hast? Wenn du hier bliebst und es zu weiteren Morden käme, würde dir dies vielleicht die Freude an diesem Ort vergellen. Unter dem aufgehenden Mond gingen sie gemeinsam zum Haus zurück. Eine Holzveranda erstreckte sich über die Rückseite des Hauses, in dem Charles Leeds mit seiner Familie gelebt hatte und gestorben war. Graham mit einer Taschenlampe und dem Bericht der Mordkommission in Atlanta öffnete die Tür und trat ein. Am liebsten hätte er sämtliche Lichter im Haus angeknipst, seine blitzende Dienstmarke angesteckt und alle möglichen offiziellen Geräusche gemacht, um seine Anwesenheit in dem totenstillen Haus zu rechtfertigen, in dem fünf Menschen den Tod gefunden hatten. Doch er tat nichts dergleichen. Er stand in der Tür des Schlafzimmers. Der Kupfergeruch von Blut war allgegenwärtig. Graham knipste das Licht an, worauf ihm von den Wänden, von der Matratze und vom Boden Blutflecken entgegenbrüllten. Sogar die Luft schien mit Schreien beschmiert. Der Lärm in diesem totenstillen Raum voller dunkler, trockener Flecken ließ ihn zusammenzucken. Graham setzte sich auf den Boden, bis in seinem Kopf wieder Ruhe eingekehrt war. Ruhig bleiben, ganz ruhig. Will Graham, dem inzwischen auch der Obduktionsbefund und die Laboranalysen vorlagen, begann allmählich zu begreifen, wie es passiert war. Der Eindringling schnitt Charles Leeds die Kehle durch, während dieser neben seiner Frau im Bett lag, kehrte dann wieder an die Tür zurück und schaltete das Licht an. Als Mrs. Leeds sich darauf aus dem Bett erhob, schoss der Eindringling auf die Frau, um als nächstes zu den Kinderzimmern weiterzugehen. Mit durchgeschnittener Kehle versuchte Leeds, seinen Kindern nun zu Hilfe zu kommen. Die Blutspuren wiesen unmissverständlich auf eine durchtrennte Halsschlagader hin. Der Eindringling stieß ihn jedoch nur beiseite, sodass er zu Boden stürzte und starb. Als alle, mit Ausnahme vielleicht von Mrs. Leeds, tot waren, machte er sich daran, die Spiegel zu zerschlagen, passende Scherben auszusuchen und sich weiter Mrs. Leeds anzunehmen. Im Autopsiebefund stand, dass die Kugel rechts von ihrem Nabel eingedrungen und in der Wirbelsäule stecken geblieben war. Der Tod war jedoch durch Strangulierung eingetreten. Die Frau muss noch mindestens fünf Minuten gelebt haben, jedoch nicht länger als 15 Minuten. Die meisten ihrer anderen Verletzungen waren ihr vermutlich, aber nicht mit Sicherheit nach dem Eintreten des Todes zugefügt worden. Falls ihr die anderen Verletzungen erst nach ihrem Tod beigebracht worden waren, stellte sich jedoch die Frage, was hatte der Mörder während der Zeit getan, bis Mrs. Leeds gestorben war. Er hatte sich natürlich Leeds vom Hals halten müssen und hatte die anderen umgebracht, aber das dürfte kaum mehr als eine Minute in Anspruch genommen haben. Vielleicht hatte er auch noch die Spiegel zerschlagen, aber was sonst noch? Anhand der Polizeifotos und der Umrisslinien auf den Matratzen konnte Graham feststellen, wo die Leichen gefunden worden waren. Bestimmte Spuren, im Fall der Schusswunden Nitratrückstände auf den Laken, deuteten darauf hin, dass die Opfer ungefähr in der Stellung aufgefunden worden waren, in der sie gestorben waren. Unerklärt blieben jedoch nach wie vor die Vielzahl der Blutflecken und die Schleifspuren auf dem Teppich im Flur. Seiner Ansicht nach hatte der Mörder sie eindeutig durch das Zimmer geschleift, nachdem sie gestorben waren, um sie dann wieder zurück an die Stelle zu schaffen, wo sie ursprünglich den Tod gefunden hatten. Was der Eindringling mit Mrs. Leeds getan hatte, war offensichtlich. Doch wie stand es mit den anderen? Er hatte sie nicht wie Mrs. Leeds weiter verstümmelt. Die Kinder wiesen jeweils nur eine Schusswunde am Kopf auf. Charles Leeds war verblutet, wobei noch hinzu kam, dass er wohl auch Blut in die Atemwege bekommen hatte. Sonst wies sein Körper nur noch Spuren einer leichten Einschnürung um die Brust auf, die vermutlich von einem Zeitpunkt nach seinem Tod her rührte. Was also hatte der Mörder mit ihnen angestellt, nachdem sie tot waren? Aus seinem Dossier nahm Graham die Polizeifotos, die Laboranalysen der einzelnen Blut- und Gewebespuren und die Standardvergleichstabelle für die Bahnen von Blutspritzern. In minutiöser Kleinstarbeit nahm er sich die Räume im Obergeschoss des Hauses noch einmal vor. Er hoffte, Aufschluss darüber zu gewinnen, an welchen Stellen die Leichen sich zu den verschiedenen Zeitpunkten befunden hatten. Da waren zum Beispiel drei Blutspuren, die erst schräg nach oben und dann um eine Ecke des Schlafzimmers verliefen, oder drei kaum mehr erkennbare Flecken auf dem Teppich direkt unter ihnen. Auf Charles Leeds Seite war die Wand über dem Kopfteil des Betts stark mit Blut verschmiert und entlang des Kopfteils verliefen Schleifspuren. Grahams Skizze sah allmählich aus wie ein Bilderrätsel. Er starrte auf die Skizze, ließ seinen Blick durch den Raum wandern und wieder zurück auf die Skizze, bis sein Kopf zu Schmerzen begann. Im Garten stand außerdem eine Hundehütte und neben der Treppe zur Veranda entdeckte er einen Futternapf. Alles hatte doch darauf hingedeutet, dass die Familie Leeds im Schlaf überrascht worden war. Die Taschenlampe zwischen Kinn und Brust geklemmt notierte Graham sich Jack nach dem Hund fragen. Graham fuhr in sein Hotel zurück. Er musste sich aufs Fahren konzentrieren, obwohl um diese Zeit, es war inzwischen halb fünf Uhr früh, kaum Verkehr herrschte. Er hatte Kopfschmerzen. Graham versuchte, an den Strand von Sugarloaf Key zu denken. Er versuchte, das Rauschen der Wellen zu hören. Er stellte sich vor, Molly wäre im Bad und bürstete sich das Haar. Und schließlich schlief er ein. Eine Stunde später wachte er schweißgebadet auf und sah Mrs. Leeds, die schmerzverzerrt und zerschunden neben ihm lag, die Augen ausgestochen und Blutrinsale wie ein Brillengestell über ihre Schläfen und Ohren fließend. Sein Gehirn jaulte wie ein Feueralarm, bis er endlich seine Hand ausstreckte und trockenen Bezugsstoff ertastete. Dies verschaffte ihm unverzüglich Erleichterung. Er stand mit klopfendem Herzen auf und schlüpfte in ein trockenes T-Shirt. Er holte die Obduktionsbefunde der drei Leeds Kinder und seine Koordinationsskizze vom Schlafzimmer und breitete die Unterlagen auf dem Bett aus. Da waren die drei Blutstreifen, die um die Ecke verliefen, und die entsprechenden Spuren auf dem Teppich. Hier standen die Körpermaße der drei Kinder. Bruder, Schwester, großer Bruder. Passt, passt, passt. Sie hatten nebeneinander an der Wand gesessen, mit Blickrichtung zum Bett, als Publikum, als totes Publikum. Doch was hatten sie beobachtet? Nichts, sie waren alle tot. Doch ihre Augen standen offen. Sie wurden Zeugen einer kleinen Vorführung mit dem Irren und der Leiche von Mrs. Leeds in den Hauptrollen. Schauplatz war das Bett. Ein Publikum. Die erste zaghafte Verbindung zum Täter war hergestellt. Sie juckte und brannte wie ein Blutegel, der sich an ihm festgesaugt hatte. Gramms Fingernägel gruben sich in das Laken, während er sich das Hirn zermarterte. Warum haste sie wieder an ihren alten Platz zurückgebracht? Warum hast du sie nicht dort gelassen, wo sie waren? Hast du ihnen die Augen geöffnet? Mrs. Leeds sah doch sehr gut aus, oder nicht? Du hast das Licht angeknipst, nachdem du ihm die Kehle durchgeschnitten hattest, damit Mrs. Leeds ihn zusammenbrechen sehen konnte. War es nicht so? Es muss ganz schön frustrierend gewesen sein, diese verdammten Handschuhe tragen zu müssen, als du sie berührt hast, nicht wahr? An ihrem Bein waren Puderspuren gefunden worden. Du hast doch deine Handschuhe abgestreift, nicht wahr? Der Puder kam von einem Gummihandschuh, als du ihn dir abgestreift hattest, um sie zu betasten. So war es doch, du verdammtes Schwein! Du hast sie mit deinen bloßen Händen berührt, und dann hast du dir die Handschuhe wieder angezogen und sie von oben bis unten abgewischt. Doch während du die Handschuhe abgestreift hattest, hast du ihnen da die Augen geöffnet? Beim fünften Läuten nahm Jack Crawford den Hörer ab. Er war es gewohnt, nachts vom Telefon aus dem Schlaf gerissen zu werden und war sofort hellwach. Jack, hier spricht Will. Arbeitet Price eigentlich immer noch für die Fingerabdruckabteilung? Ja, allerdings ist er kaum mehr unterwegs. Er arbeitet vorwiegend am Einzelabdruckindex. Ich finde, er sollte unbedingt nach Atlanta kommen. Was soll er denn machen? Was soll er sich vornehmen? Mrs. Leeds Finger- und Zehennägel. Sie sind lackiert und bilden damit eine glatte Oberfläche. Und dann noch die Hornhäute der Augen des Mannes und der Kinder. Ich glaube, er hat seine Handschuhe abgenommen, Jack. Er wird Price sich aber beeilen müssen, erwiderte Crawford. Heute Nachmittag soll nämlich das Begräbnis stattfinden. Die morgendliche Besprechung der Beamten, die den Fall Leeds bearbeiteten, drehte sich überwiegend um Zähne. An das schwarze Brett des Bereitschaftsraumes war die Vorderansicht eines menschlichen Gebisses geheftet. Der Leiter der Mordkommission, Buddy Springfield, trat vor und postierte sich unter der Darstellung des Gebisses. Er hielt einen Gebissabdruck aus Gips hoch. Meine Herren, so sehen die Zähne des Täters aus. Anhand von Beißspuren, die wir an Mrs. Leeds entdeckt haben, konnte das Smithsonian Institute in Washington das Gebiss des Mörders rekonstruieren. Von einem inneren Schneidezahn ist eine Ecke abgebrochen. Der Schneidezahn daneben weist eine Einkerbung auf. Ermittlungsbeamter Graham, das ist übrigens der Herr, der dort hinten sitzt, falls einige von Ihnen sich über seine Anwesenheit gewundert haben sollten. Haben Sie dem bisher gesagt, noch etwas hinzuzufügen, Mr. Graham? Irgendwelche Vorschläge? Zerzaust und braungebrannt sah Graham nicht gerade wie der typische FBI-Agent aus. Er erweckte eher den Anschein eines Anstreichers, der für eine Zeugenaussage vor Gericht in seinen besten Anzug geschlüpft war. Als Graham vor sie trat, stachen seine stahlblauen Augen auffällig aus seinem braunen Gesicht hervor. Nur ganz kurz ein paar Dinge begann er. Wir können nicht davon ausgehen, dass er bereits in psychiatrischer Behandlung war oder wegen eines Sexualdelikts vorbestraft ist. Im Gegenteil. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass er über keinerlei Vorstrafen verfügt. Sollte dem dennoch so sein, dann eher wegen Einbruchs als wegen eines Sexualdelikts. Möglicherweise könnte er auf ein ganzes Register von Bissverletzungen im Zusammenhang mit leichten Körperverletzungen zurückblicken. Schlägereien oder Kindesmisshandlungen. In dieser Hinsicht könnten uns am ehesten Notaufnahmen von Krankenhäusern oder das Jugendamt weiterhelfen. Jeder schlimme Biss, an den sich jemand aus diesem Personenkreis erinnern kann, wäre es möglicherweise wert, weiter überprüft zu werden. Wobei unerheblich ist, wer gebissen wurde oder unter welchen Umständen es zu der Bissverletzung kam. Das wäre alles. Die Sache ist eine Überprüfung wert, erklärte Springfield. Wir werden dem unverzüglich nachgehen. Noch etwas. Mir ist zu Ohren gekommen, dass der Mörder von Beamten dieser Dienststelle als Zahnschwuchtel bezeichnet wird. Allerdings möchte ich nicht hören, dass einer von Ihnen ihn in der Öffentlichkeit als Zahnschwuchtel bezeichnet. Ebenso bin ich möchte ich, dass Sie diese Bezeichnung im internen Schriftverkehr gebrauchen. Das wäre alles. Crawford und Graham folgten Springfield in seinem Büro. Der Leiter der Mordkommission versorgte sie mit Kaffee, während Crawford mit der Telefonzentrale sprach und sich die für ihn eingegangenen Anrufe notierte. Sie haben sich doch nach dem Hund erkundigt. Hier ist die Akte. Gestern Abend hat ein Tierarzt von hier Leeds Bruder angerufen. Er hatte den Hund. Leeds und sein ältester Sohn hatten ihn an dem Nachmittag, bevor sie getötet wurden, zu besagtem Tierarzt gebracht. Er hatte eine Stichwunde im Bauch. Er wurde operiert und befindet sich bereits wieder auf dem Weg der Besserung. Der Tierarzt dachte erst, der Hund wäre angeschossen worden. Allerdings konnte er keine Kugel finden. Deshalb geht er davon aus, dass dem armen Vieh die Verletzung mit einem Eis zerkleinerer oder einer Aale beigebracht wurde. Hatten die Jacobis in Birmingham einen Hund? Wollte Graham weiter wissen. Keinen Hund, aber sie haben im Bad, im Erdgeschoss eine Kiste mit Katzenstreu gefunden. Von der dazugehörigen Katze fehlt allerdings jede Spur. Könnten Sie die Kollegen in Birmingham ersuchen, sich noch einmal genauestens auf dem Grundstück und in der näheren Umgebung des Hauses umzusehen? Springfield leitete die Bitte weiter. Kaum hatte er aufgehängt, läutete das Telefon bereits wieder. Der Anruf war für Jack Crawford, von Jimmy Price, im Lombard-Bestattungsinstitut. Jack, ich habe einen Teilabdruck, bei dem es sich vermutlich um einen Daumen und ein Stück der Handfläche handelt. Der Teilabdruck des Daumens stammt vom linken Auge des älteren Jungen. Graham starrt aus dem Daumen. Im Fenster, während Crawford sie über Price's Entdeckungen unterrichtete. Seine Miene war bar jeden Ausdrucks. Die Pressekonferenz des Kommissars für öffentliche Sicherheit löste sich gerade auf, als Crawford und Graham aus Springfields Büro kamen. Sie stiegen eben die Eingangstreppe hinunter, als ein kleiner Mann an ihnen vorbeischoss und ein Foto von ihnen machte. »Will Graham«, rief er aus, »Können Sie sich noch an mich erinnern? Freddy Lowndes, ich habe für den Tettler über den Fall Lecter berichtet.« »Ich weiß«, erwiderte Graham und schritt mit Crawford weiter die Treppe hinunter, während Lawrence ihnen halb zugewandt vorauseilte. »Wann hat man sie hinzugezogen, Will?« »Mit Ihnen rede ich nicht, Lawrence. Bestehen irgendwelche Übereinstimmungen zwischen diesem Kerl und Lecter? Macht er sie auch, Lawrence?« »Sie schreiben nichts als verlogene Scheiße, Lawrence, und der National Tettler taugt bestenfalls dazu, sich den Arsch abzuwischen. Ich warne Sie also. Kommen Sie mir nicht zu nahe.« Crawford packte Graham am Arm. »Hauen Sie ab, Lawrence, los!« »Will, gehen wir doch erst mal frühstücken, komm.« Mit raschen Schritten bogen sie um die nächste Straßenecke. Am späten Nachmittag fuhr Graham wieder zum Haus der Leeds hinaus. Er betrat es durch die Eingangstür und versuchte nicht auf die Ruine zu achten, die der Mörder hinterlassen hatte. Bisher hatte er nur Aktenunterlagen, den Schauplatz eines Mordes und totes Fleisch zu Gesicht bekommen. Alles Requisiten eines grausigen Nachspiels. Er wusste eine Menge darüber, wie sie gestorben waren. Wie sie gelebt hatten, sollte ihn heute beschäftigen. Eine gründliche Bestandsaufnahme also. In der Garage standen ein gutes Wasserskiboot und ein Kombi. In einer Ecke lehnten ein Satz Golfschläger und ein Geländemotorrad. Der Inhalt des umfangreichen Werkzeugkastens an der Wand war kaum benutzt. Erwachsenenspielzeug. Im Wandschrank eine gute Tontaubenbüchse, eine Nikon-Kamera, eine Bolex Super 8-Filmkamera und ein Projektor. Es war ein netter, kleiner Familienfilm. Er begann mit einer Einstellung auf einen schlafenden Hund, einen weißgrauen Bobtail, bis dieser die Ohren spitzte, sich aufrichtete und zu bellen begann. Dann folgte ihm die Kamera, als er in die Küche rannte und erwartungsvoll vor der Tür stehen blieb. Er schüttelte sich leicht und wedelte aufgeregt mit seinem Stummelschwanz. Graham biss sich auf die Unterlippe und wartete ebenfalls. Auf der Leinwand ging nun die Tür auf und Mrs. Leeds betrat mit einer Tüte mit Lebensmitteln die Küche. Sie lachte überrascht auf und berührte mit ihrer freien Hand ihr leicht zerzaustes Haar. Ihre Lippen bewegten sich, als sie aus dem Bild ging, und dann kamen mit ihren kleineren Einkaufstüten die Kinder hinterher. Darauf folgten kurze Einstellungen von den Jungen, die im Keller Tischtennis spielten, und Susan, das Mädchen, hockte wie ein Frosch in einem Schaumbad. Der Film endete mit einer Aufnahme von Norman Vincent Peale, der gerade im Fernsehen sprach, und dann schwenkte die Kamera auf Charles Leeds, der in dem Sessel, in dem Graham gerade saß, friedlich vor sich hinschnarchte. Graham starrte auf den blendend weißen Lichtfleck auf der Leinwand. Die Leeds waren ihm sympathisch. Er dachte, der Irre, der ihnen einen Besuch abgestattet hatte, hätte sie auch sympathisch finden können. Aber vermutlich waren sie ihm lieber so, wie sie jetzt waren. Kopien sämtlicher Gesprächsnotizen zu anrufen im Fall Leeds wurden auf Springfields Schreibtisch abgelegt. Als der Leiter der Mordkommission am Dienstagmorgen gegen sieben Uhr in sein Büro kam, war die Oberste mit einem roten Fähnchen gekennzeichnet. Sie besagte, dass die Polizei von Birmingham hinter der Garage der Jacobis eine in einem Schuhkarton begrabene Katze entdeckt hatte. Das Tier hatte eine Blume zwischen den Pfoten und war in ein Geschirrtuch gewickelt. Auf den Deckel des Schuhkartons war in kindlicher Handschrift der Name der Katze gekritzelt. Ein Birminghamer Gerichtsarzt stellte fest, dass die Katze erdrosselt worden war. Er hatte keine Einstichwunde gefunden. Springfield tippte mit dem Bügel seiner Brille gegen seine Zähne. Ich habe das untrügliche Gefühl, als hätten wir eine ganz schwache Witterung aufgenommen will. Sehr schwach, aber doch eine Spur. Finden Sie nicht auch? Das heißt, dass dieser Kerl nicht nur irgendwo aus dem Bus steigt und einfach aufs Gartewohl losmarschiert. Er geht streng nach Plan vor. Er ist über Nacht in der Stadt geblieben. Er weiß also schon ein paar Tage zuvor, wo er zuschlagen wird. Er geht nach einem bestimmten Schema vor. Erst die Lage auskundschaften, das Haustier aus dem Weg räumen und dann die Familie umbringen. Das nenne ich mir ein sauberes Schema. Das dürfte doch wohl in Ihr Gebiet fallen, oder nicht? Allerdings. Wenn sowas in irgendjemandes Gebiet fällt, dann wahrscheinlich in meines. Die Starttür des Hochsicherheitstraktes schloss sich hinter Graham. Er hörte den Riegel einschnappen. Dr. Hannibal Lecter lag schlafend auf seiner Pritsche. Den Kopf hatte er mit einem Kissen gegen die Wand gestützt. Dr. Lecter, der Psychiater, hat neun Menschen umgebracht. Er tat es, weil es ihm Spaß gemacht hat. Graham wusste, dass er sich wie ein völlig normaler Mensch verhalten konnte, wenn er wollte. Er weist einige Verhaltensmuster von Soziopathie auf. Zum Beispiel kennt er keinerlei Reue oder Schuldgefühle. Als Kind hatte er ein ausgeprägt sadistisches Verhalten Tieren und Kindern gegenüber an den Tag gelegt. Graham hielt ihn für ein Monster. Graham hatte vielleicht fünf Sekunden durch die Gitterstäbe auf Lecter gestarrt, als dieser die Augen aufschlug und sagte, Genau dasselbe schreckliche Rasierwasser, nachdem sie auch vor Gericht immer gerochen haben. Ich bekomme es nun mal jedes Weihnachten geschenkt. Dr. Lecter hatte rotbraune Augen und sie reflektierten das Licht in winzigen rötlichen Punkten. Graham spürte, wie sich jedes Härchen in seinem Nacken einzeln aufstellte. Er legte seine Hand an seinen Hals. Ach ja, Weihnachten, erklärte Lecter nachdenklich. Haben Sie meine Karte bekommen? Dr. Lecters Weihnachtsgrüße waren vom FBI-Labor in Washington an Graham weitergeleitet worden. Er hatte sie nach draußen getragen, um sie hinter dem Haus zu verbrennen. Dann hatte er sich die Hände gewaschen, bevor er Molly wieder anfasste. Lecter stand auf und trat an seinen Tisch. Er war ein zierlicher, geschmeidiger Mann, sehr gepflegt. Warum nehmen Sie nicht Platz, Will? Es gibt in einem Schrank am Ende des Ganges ein paar Klappstühle. Zumindest klingt es so, als kämen Sie von dort. Der Wärter wird mir einen bringen. Lecter blieb stehen, bis Graham sich draußen auf dem Flur gesetzt hatte. Freut mich, Sie mal wieder zu sehen. Wie lange ist das nun schon her? Drei Jahre? Alle meine Besucher zeigen lediglich ein berufliches Interesse an meiner Person. Zweitklassige klinische Psychiater und aufstrebende Möchtegern-Doktoren der Psychologie von irgendwelchen lausigen Provinzuniversitäten. Bleistiftlecker, die sich mit lächerlichen Artikeln in meist ebenso lächerlichen Journalen ihre Anstellung erhalten wollen. Dr. Blum hat mir ihren Artikel über Suchtverhalten in der Zeitschrift für klinische Psychologie zugeschickt. Und? Höchst interessant, selbst für einen Laien. Einen Laien. Bemerkenswerter Begriff. Da hat man es ständig mit irgendwelchen fürchterlich gelehrten Burschen zu tun, Experten, die ihre Forschungen mit Unterstützung von Seiten der Regierung betreiben. Und Sie, Sie bezeichnen sich als ein Laien. Aber schließlich waren Sie es doch, der mich gefasst hat, Will. Oder nicht? Wissen Sie eigentlich, wie Sie das gemacht haben? Sie haben doch sicher das Verhandlungsprotokoll gelesen. Dort steht alles schwarz auf weiß. Keineswegs. Wissen Sie, wie Sie es gemacht haben, Will? Das steht doch jetzt nicht mehr zur Debatte. Das ist richtig. Für mich steht es nicht mehr zur Debatte. Ich möchte, dass Sie mir helfen, Dr. Lecter. Das dachte ich mir fast. Es dreht sich um diese Morde in Atlanta und Birmingham. Ja. Sie haben sicher davon gelesen. Sie wollen sicher wissen, nach welchen Gesichtspunkten er Sie aussucht. Ich dachte zumindest, dass Sie diesbezüglich ein paar Ideen haben könnten. Und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir dazu etwas sagen könnten. Weshalb sollte ich das? Mit dieser Frage hatte Graham gerechnet. Einem Dr. Lecter fiel sicher nicht so schnell ein plausibler Beweggrund ein, einem Massenmörder das Handwerk zu legen. Es gibt gewisse Dinge, die Sie nicht haben dürfen. Forschungsunterlagen auf Mikrofilm zum Beispiel. Ich könnte diesbezüglich ein gutes Wort für Sie einlegen. Haben Sie die Unterlagen dabei? Ja. Auch Fotos? Ja. Überlassen Sie sie mir für eine Weile, dann werde ich es mir überlegen. Nein. Träumen Sie viel, Will? Wiedersehen, Dr. Lecter. Graham entfernte sich. Geben Sie die Unterlagen schon her. Ich werde Ihnen sagen, was ich denke. Seine Augen von angestrengtem Nachdenken mit einem matten Film überzogen, saß Lecter an seinem Tisch. Eine Stunde verging. Graham war klar, dass er sich die längste Zeit mit den Fotos beschäftigt hatte. Ein außerordentlich schüchterner Bursche, Will. Ich würde nur zu gern seine Bekanntschaft machen. Haben Sie schon die Möglichkeit in Erwägung gezogen, dass sein Äußeres in irgendeiner Weise entstellt ist, oder dass er sich einbildet, entstellt zu sein? Wegen der Spiegel? Ja. Wie Sie wissen, hat er alle Spiegel in den beiden Häusern zerschlagen. Das tat er jedoch nicht nur wegen der paar Scherben, die er dann benötigte. Er benutzte die Spiegelscherben auch nicht nur wegen der Verletzungen, die er ihnen beibringt. Er bringt sie so an, dass er sich darin sehen kann. Das ist allerdings interessant, nickte Graham nachdenklich. Machen Sie mir doch nichts vor. Daran haben Sie auch schon gedacht. Stimmt, daran habe ich auch schon gedacht. Sie sind doch nur hergekommen, um mich anzusehen, um die alte Fährte wieder aufzunehmen. Oder etwa nicht? Warum beschnüffeln Sie sich nicht einfach selbst? Ich wollte Ihre Meinung dazu hören. Eine solche habe ich im Augenblick noch nicht. Falls Sie sich doch noch eine bilden sollten, hätte ich sie gern gehört. Weshalb gibt es keine Beschreibung der näheren Umgebung des Tatorts? Hier haben wir Frontalansichten der Häuser, Grundrisse, Aufrisszeichnungen der Räume, in denen die Morde geschahen, aber von der Umgebung der Häuser so gut wie nichts. Wie sahen die Gärten aus? Ziemlich weitläufig, eingezäunt, zum Teil auch von Hecken eingefasst. Warum, fragen Sie? Weil dieser Pilger, mein lieber Will, falls er sich tatsächlich so sehr vom Mond angezogen fühlt, wie es den Anschein erweckt, vielleicht vors Haus treten möchte, um ihn sich anzusehen, bevor er sich gesäubert hat, wie Sie sicher verstehen werden. Haben Sie schon mal Blut beim Mondlicht gesehen, Will? Es wirkt dann fast schwarz, wenn es auch seinen charakteristischen Schimmer beibehält. Und wenn man dabei nackt ist, würde ich es doch wohl für angeraten erscheinen lassen, sich vorher zu vergewissern, ob hierfür auch die nötige Abgeschehenheit gegeben ist. Man muss doch schließlich auf die Nachbarn Rücksicht nehmen. Glauben Sie, der Garten könnte bei der Auswahl der Opfer eine gewisse Rolle spielen? Auf jeden Fall. Und es wird natürlich weitere Opfer geben. Lassen Sie mir die Unterlagen hier, Will. Ich werde sie noch genauer studieren. Und falls Sie noch weitere Informationen bekommen sollten, würde ich die auch gern sehen. Sie können mich übrigens auch telefonisch erreichen. In den seltenen Fällen, in denen man Anwalt anruft, bringen Sie mir ein Telefon in die Zelle. Würden Sie mir vielleicht Ihre Privatnummer geben? Nein. Wissen Sie überhaupt, wie Sie mich gefasst haben, Will? Wiedersehen, Dr. Lecter. Sie können mir unter der auf der Akte angegebenen Nummer jederzeit eine Nachricht hinterlassen. Damit entfernte Graham sich. Wissen Sie, wie Sie mich gefasst haben? Graham befand sich inzwischen außerhalb Lecters Blickfeld. Er ging rascher auf die Stahltür zu. Der Grund, weshalb Sie mich gefasst haben, ist ganz einfach der, dass wir uns sehr ähnlich sind. War das Letzte, was Graham hörte, bevor sich die schwere Tür hinter ihm schloss. Er war vollkommen gefühllos, wenn man davon absah, dass er sich davor fürchtete, dass seine Taubheit von ihm wich. Während er mit gesenktem Kopf dahinschritt und mit niemandem ein Wort sprach, konnte er das Pochen seines Bluts wie das hohle Flattern von Flügeln hören. Die Entfernung nach draußen erschien ihm ungewöhnlich kurz. Dies war nur ein normales Gebäude. Zwischen Lecter und der Außenwelt lagen lediglich fünf Türen. Er hatte das absurde Gefühl, als wäre Lecter mit ihm nach draußen gekommen. Vor dem Eingang blieb er stehen und sah sich um, als müsste er sich vergewissern, dass er allein war. Nachdem Graham ihn verlassen hatte, lag Dr. Hannibal Lecter im gedämpften Licht seiner Zellenbeleuchtung auf seiner Pritsche. Graham wollte ihm also seine Privatnummer nicht geben. Lecter setzte sich auf. Er blinzelte mehrmals, seine Augenbrauen hoben sich. Dann bat er den Wärter um ein Telefon, um seinen Anwalt anrufen zu können. Lecter war laut Gesetz dazu berechtigt, sich ungestört mit seinem Anwalt zu besprechen. Die Auskunft gab ihm die Nummern des Psychiatrischen Instituts der University of Chicago und von Dr. Blooms Büro. Er rief die Zentrale des Psychiatrischen Instituts an. Lecter hatte mit dem Aushilfsdienst am Wochenende gerechnet und so gelang es ihm mühelos, Grahams Privatadresse und Telefonnummer zu bekommen. Er hatte sich als Kollege von Dr. Bloom ausgegeben und einen dringenden Fall vorgegeben. Lecter fühlte sich gleich viel besser. Nun würde er Graham hin und wieder mit einem Anruf überraschen. 700 Meilen weiter südwestlich in den Gateway-Filmentwicklungslabors in St. Louis kontrollierte Francis Dola Hyde die Entwicklungsflüssigkeit im Tank A. Hunderte von Metern Schmalfilm aus allen Teilen der USA bewegten sich stündlich durch diesen Tank. Temperatur und Sättigungsgrad der Lösung waren von vorrangiger Bedeutung für den Entwicklungsprozess. Dies fiel in seinen Verantwortungsbereich. Unzählige Male nahm er Tag für Tag stichprobenweise einzelne Filme aus dem Tank und kontrollierte sie, Bild für Bild. In der Dunkelkammer herrschte Stille. Dola Hyde unterband jede Unterhaltung unter seinen Mitarbeitern und verständigte sich vorwiegend durch Handzeichen mit ihnen. Nach Feierabend blieb er allein in der Dunkelkammer zurück, um ein paar seiner eigenen Filme zu entwickeln. Gegen 22 Uhr kehrte Dola Hyde nach Hause zurück. Er wohnte in dem großen Haus, das seine Großeltern ihm vermacht hatten. Es stand am Ende einer gekiesten Auffahrt, die nördlich von St. Charles, Missouri, auf der St. Louis gegenüberliegenden Seite des Missouri durch einen großen Obstgarten verlief. Der nächste Nachbar wohnte fast einen Kilometer weit entfernt. Dola Hyde machte einen Rundgang durch das Haus und knipste in jedem Zimmer das Licht an. Ein Besucher hätte nicht den Eindruck gewonnen, dass Dola Hyde das Haus allein bewohnte. In den Schränken hingen noch die Kleider seiner Großeltern, und auf dem Schminktisch seiner Großmutter lagen mehrere Bürsten mit Haaren zwischen den Borsten. Aus einem Glas auf dem Nachtisch bleckten einem die Zähne ihres Gebisses entgegen. Das Wasser darin war längst verdunstet. Seine Großmutter war seit zehn Jahren tot. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass er allein im Haus war, ging Dola Hyde nach oben, um ausgiebig zu duschen und sich die Haare zu waschen. Er fühlte sich gut. Wie viele Menschen mit einer Hasenscharte, hatte Dola Hyde keine Haare in der Nase. Er zog einen Gemonor aus synthetischem Material an, das sich wie Seide anfühlte, und legte sich auf das schmale Bett in dem Zimmer, das er seit seiner Kindheit bewohnte. Er stülpte sich die altmodische Trockenhaube seiner Großmutter über und schaltete sie ein. Während er nun unter der Trockenhaube saß, blätterte er in einer neuen Modezeitschrift. Der Hass und die Brutalität, die aus manchen der hochmodischen Fotos sprachen, erregten ihn. Er drehte den Metallschirm seiner Leselampe so herum, dass das Licht auf einen Druck an der Wand über dem Fußende des Bettes fiel. Es handelte sich dabei um William Blakes, der große rote Drache und die mit der Sonne bekleidete Frau. Er war wie betäubt gewesen, als er das Bild zum ersten Mal gesehen hatte. Nie zuvor hatte er etwas gesehen, das seinem bildlichen Denken so nahe gekommen war. Er hatte das Gefühl, als hätte Blake durch sein Ohr einen Blick in das Innere seines Kopfes geworfen und dort den roten Drachen erspäht. Der rote Drachen war alles, was er lange Zeit hatte. Doch mittlerweile war das nicht mehr so. Er spürte die ersten Anzeichen einer Erektion. Er hatte eigentlich vorgehabt, sich Zeit zu lassen, aber nun konnte er es nicht mehr erwarten. Dona Heid zog die schweren Vorhänge vor den Fenstern im Wohnzimmer im Erdgeschoss zu und baute Leinwand und Projektor auf. Dann knipste er die Lampen aus und lehnte sich in dem verdunkelten Raum in den Sessel zurück. Er drückte auf den Startknopf des Projektors neben sich. Ein weißes Rechteck sprang auf die Leinwand, die nach kurzer Zeit grau und streifig wurde, als der Vorspann durchlief. Und dann spitzte der grau-weiße Bobtail seine Ohren und rannte zur Küchentür, wo er freudig mit seinem Stummelschwanz wedelte. Nun kam Mrs. Leeds mit den Einkäufen in die Küche. Sie lachte und fuhr sich mit der Hand durchs Haar. Die Kinder kamen ihr hinterher. Dann ein Schnitt auf eine schlecht ausgeleuchtete Szene in Dona Heids Zimmer im Obergeschoss. Er steht nackt vor dem Druck des großen roten Drachen und der mit der Sonne bekleideten Frau. Er trägt seine Kampfbrille, eine eng anliegende, mit Gummiband befestigte Sportbrille. Er hat eine Erektion, der er von Hand nachhilft. Die mit der nächsten Einstellung verbundenen Schwierigkeiten waren offensichtlich. Ein bebendes, verschwommenes Etwas in grellem Scheinwerferlicht wurde zu einem Bett, in dem Charles Leeds verzweifelt mit den Armen um sich schlug und Mrs. Leeds sich die Augen mit der Hand gegen das blendende Licht abschirmend aufsetzte, um sich dann ihrem Mann zuzuwenden und ihre Hände auf ihn zu legen. Gleichzeitig rollte sie sich an den Rand des Bettes, um sich bei dem Versuch aufzustehen, mit den Beinen in den Laken zu verheddern. Die Leinwand wurde für eine Weile schwarz und dann folgte das kurze Zucken einer Schnittstelle. Die Kamera bewegte sich nun nicht mehr. Sie war auf einem Stativ befestigt. Inzwischen waren sie alle tot und auf ihren Plätzen. Zwei Kinder saßen an die Wand gelehnt gegenüber dem Bett, eines saß in der Ecke und sah in die Kamera. Mr. und Mrs. Leeds lagen unter den Laken im Bett. Mr. Leeds saß gegen das Kopfteil gelehnt und das Laken verdeckte das Seil um seine Brust. Sein Kopf war zur Seite gesackt. Mit den exakten Bewegungen einer balinesischen Tänzerin kam nun von links Dola Hyde ins Bild. Blut verschmiert und bis auf seine Brille und die Handschuhe splitternackt, tanzte und gestikulierte er zwischen den Toten herum. Während Dola Hyde nun den Film im Wohnzimmer des Hauses seiner Großeltern ansah, bedeckte sich sein Körper zunehmend mit einem glänzenden Schweißfilm. Seine dicke Zunge zuckte beständig zwischen den Lippen hervor, sodass die Narbe an seiner Oberlippe vor Feuchtigkeit glänzte. Und er stöhnte, während er dabei Hand an sich legte. Den Film anzusehen war herrlich, doch nicht ganz so berauschend wie der Akt selbst. Die zwei wesentlichsten Schwachpunkte bestanden nach Dola Hydes Auffassung darin, dass im Film nicht der jeweilige Tod der einzelnen Familienmitglieder zu sehen war und das gegen Ende zu seine schauspielerische Leistung mehr und mehr zu wünschen übrig ließ. Es schien, als hätte er plötzlich alle guten Vorsätze über Bord geschleudert. So hätte das Der Rote Drache jedenfalls nicht gemacht. Nun ja, er würde schließlich noch viele solcher Filme drehen und mit wachsender Erfahrung würde es ihm vielleicht auch gelingen, selbst in den Momenten äußerster Lust eine gewisse ästhetische Distanz zu bewahren. Er hatte bereits mehrere Filme von 4. Juli Familienausflügen kopiert. Wenn gegen Ende des Sommers die Ferienfilme eingeschickt wurden, hatten sie in der Entwicklungsanstalt Hochbetrieb. Ein ähnlicher Ansturm setzte nach Thanksgiving ein. Tag für Tag gingen die Aufträge unzählige Familien bei ihm ein. Die Maschine von Washington nach Birmingham war zur Hälfte leer. Graham saß an einem Fensterplatz mit niemandem neben sich. Er lehnte das lamperige Sandwich, das ihm die Stewardess anbot, ab und bereitete stattdessen die Jacobi-Akte auf dem Klapptisch aus. Auf einem Blatt hatte er die Übereinstimmungen zwischen den Familien Jacobi und Leeds aufgeführt. Es wunderte Graham, wie viele Dinge die Leeds hatten, ebenso wie die Jacobis. Alte Sportsachen, Kameras und Gewehre und Fahrräder. Da war noch etwas, was die Familien gemeinsam hatten. Der Mann, der die Familien Jacobi und Leeds ausgelöscht hatte, hatte irgendetwas an ihnen anziehend gefunden, wodurch er zu der Tat getrieben worden war. Was konnte den Mörder ausgerechnet zu ihnen hingezogen haben? Graham war fest entschlossen, an das Vorhandensein eines gemeinsamen Faktors zu glauben und dass er bald auf ihn stoßen würde. Ansonsten würde er sich noch in einer ganzen Reihe von Häusern die grausige Hinterlassenschaft der Zahnspuchtel ansehen müssen. Graham hatte das Gefühl, einer erkalteten Fährte zu folgen, als er zum Haus der Jacobis hinausfuhr. Mehr als ein Monat war verstrichen, seit die Jacobis getötet worden waren. Er sah das Verkehrsschild schon hundert Meter zuvor. Das Haus der Jacobis war das Einzige, das auf der rechten Straßenseite stand. Graham stellte sich, die Schultern hochgezogen, die Hände in den Hosentaschen, in den Schatten eines Pickenbaums. Nachts war auf der Baum einen großen Schatten in den Garten. Als Graham an dem weiß gestrichenen Zaun entlang in den hinteren Teil des Gartens ging, begleitete ihn auf der angrenzenden Weide ein Pferd. Vor dem Loch im Boden, wo die Jacobi-Kinder ihre Katze begraben hatten, blieb er stehen. Die Kinder hatten die Katze in ein Geschirrtuch gewickelt und sie mit einer Blume zwischen den Pfoten in einem Schuhkarton begraben. Mit einem Mal durchströmte Graham unverbrüchliche Gewissheit, während er vor dem Loch im Boden stand und die Sonne auf seinen Nacken herabbrannte. So gewiss, wie der Mörder die Katze getötet hatte, hatte er auch die Kinder beobachtet, wie sie das Tier begruben. Sicher wäre er nicht zweimal zu dem Haus hinausgefahren, um das eine Mal nur die Katze umzubringen und das andere Mal die Jacobis. Er kam hierher, um die Katze zu töten und dann zu warten, bis die Kinder sie fanden. Und er hatte gewartet, um zu sehen, wie sie das tote Tier entdeckten. Hatte er den ganzen Tag in der Hitze zwischen den Büschen ausgeharrt? Am Zaun wäre er durch die Latten zu sehen gewesen. Mit Sicherheit hatte er sich also in den kühlen Schatten unter den Bäumen zurückgezogen. Genau das tat nun auch Graham. Hinter dem Zaun begann sofort dichtes Buschwerk, das einen 30 Meter breiten Streifen bis zum Waldrand ausfüllte. Er hatte schon mehr als eine Stunde den Wald durchstreift, als ihm ein kurzes Aufblitzen vom Boden in die Augen stach. Er musste erst noch eine Weile suchen, bis er die Stelle wiederfand. Es war der Aufreißring einer Limonadendose, der unter dem Laub einer Ulme lag, einem der wenigen Laubbäume unter all den Kiefern. Dann ging er in die Hocke und fegte mit den Händen das Laub vor sich beiseite, um auf diesem freigelegten Pfad auf den Baumstamm zuzuwatscheln und so zu vermeiden, dass er etwaige Fußabdrücke zerstörte. Als er den Baumstamm erreicht hatte, säuberte er die gesamte Fläche um den Stamm von Laub. Keine Fußabdrücke. Darauf sah er sich für weitere zehn Minuten genauestens den Boden an, um sich schließlich mit dem Rücken gegen den Baumstamm zu setzen und seine schmerzenden Beine auszustrecken. Auf dem Ast genau über seinem Kopf hing ein Stück getrockneten, roten Bachschlamms aus dem Teil zwischen Sohle und Absatz eines Schuhs. Graham hängte sein Jackett an einem Zweig und kletterte vorsichtig auf der anderen Seite des Baums den Stamm hoch, wobei er immer wieder nach den Ästen über dem Stück getrockneten Schlamms Ausschau hielt. In zehn Metern Höhe hatte er in etwa 150 Metern Entfernung das Haus der Jacobis ganz deutlich im Blickfeld. Von hier konnte man den Garten und den schmalen Streifen hinter dem Schuppen ungehindert einsehen. Direkt über Graham stand ein kräftiger Ast im rechten Winkel zum Jacobi-Haus vom Stamm ab. Er kletterte noch ein Stück höher, bis er ihn aus nächster Nähe in Augenschein nehmen konnte. Unmittelbar an seiner Wange war eine Limonadendose zwischen Ast und Stamm geklemmt. »Großartig«, flüsterte Graham der Rinde zu. »Großer Gott, ja, so ist es brav, mein Döschen.« Natürlich konnte die Dose auch ein Kind an dieser Stelle zurückgelassen haben. Er kletterte, was angesichts der dünner werdenden Äste nicht mehr ganz ungefährlich war, so weit nach oben, bis er auf den kräftigen Ast hinabsehen konnte. Auf der Oberseite des Astes war an einer Stelle die Rinde entfernt, sodass darunter ein etwa spielkartengroßes Stück frischen grünen Holzes zum Vorschein kam. In der Mitte des Rechtecks war, bis auf das weiße Holz darunter, ein Zeichen geritzt. Es sah orientalisch aus. Die Arbeit war sehr sorgfältig und offensichtlich mit einem extrem scharfen Messer ausgeführt worden und mit Sicherheit nicht von einem Kind. Sorgsam die verschiedenen Aufnahmestandpunkte auswählen, fotografierte Graham das Zeichen mehrmals. Vor dem Ast war die Sicht auf das Haus hervorragend, wobei sie von Menschenhand noch zusätzlich verbessert worden war. Über Grahams Kopf stand das kurze Stück eines gekappten Zweiges ab, der offenbar die Sicht behindert hatte. Die Fasern waren zusammengepresst und das Ende der Schnittstelle leicht abgeflacht. Graham hielt nach dem abgetrennten Zweig Ausschau. Wenn er auf dem Boden gelegen hätte, hätte er ihn bemerkt. Da. Er hing braun verwelktes Blattwerk inmitten saftigen grünen Laubs ein Stück unter ihm von einem Ast. Er steckte einen Zweig in die Öffnung der Limonadendose, hob sie damit vorsichtig aus der Astgabel und kletterte, den Zweig zwischen den Zähnen, wenn er beide Hände benötigte, nach unten. In seinem Büro hinter der geschlossenen Tür zuckten Dohlerheids Augen im Zickzack über die Titelseite des Tettler. Geistesgestörter Strafgefangener wird von dem Polizisten, den er umzubringen versucht hat, zu den jüngsten Massenmorden konsultiert. Von unserem Redaktionsmitglied Freddy Lounce. Die Kopfjäger des FBI sind in ihren Ermittlungen nach der Zahnschwuchtel dem psychopathischen Schlechter ganzer Familien aus Birmingham und Atlanta in ihrer Not an den gefährlichsten Killer, der sich je in Gefangenschaft befand, mit der Bitte herangetreten, sie in ihren Bemühungen zu unterstützen. Dr. Hannibal Lecter, über dessen unsägliche Praktiken vor drei Jahren an dieser Stelle ausführlich berichtet wurde, wurde diese Woche in seiner Zelle im Hochsicherheitstrakt des Gefängnisses von Chesapeake vom FBI-Star-Agent William Graham aufgesucht. Graham wäre aufgrund von Verletzungen, die Lecter ihm im Zuge seiner Festnahme beigebracht hatte, fast ums Leben gekommen. Nun hat er sich überreden lassen, aus seinem frühzeitigen Ruhestand zurückzukehren, um die Ermittlungen gegen die Zahnschwuchtel zu leiten. Worum ging es bei diesem Treffen zweier Todfeinde? Was wollte Graham von Lecter? Gleich und gleich gesellt sich gern, äußerte ein hoher FBI-Beamter dem Verfasser dieses Berichts gegenüber. Er spielte damit auf Lecter an, der als Hannibal der Kannibale zu trauriger Berühmtheit gelangte und nicht nur ein Massenmörder, sondern auch ein weithin anerkannter Psychiater ist. Oder sollte er damit etwa Graham gemeint haben? Wie aus sicherer Quelle verlautet, hat Graham, ehemaliger gerichtsmedizinischer Dozent an der FBI-Akademie in Quantico, sich über einen Zeitraum von vier Wochen in einer Nervenheilanstalt aufgehalten. Maßgebliche FBI-Stellen weigerten sich, ihre Gründe zu nennen, einen Mann mit einer Vorgeschichte psychischer Labilität an die Spitze der Ermittlungen nach einem verzweifelt gesuchten Massenmörder zu stellen. Über die Natur von Grahams psychischen Problemen herrscht keine Klarheit. Aber ein früherer Angestellter besagte Nervenheilanstalt sprach von heftigen Depressionen. Man erklärte, Graham wäre in die psychiatrische Abteilung der Klinik eingeliefert worden, nachdem er kurz zuvor Garrett Jacob Hobbs, den Würger von Minnesota, getötet hatte. Graham hat Hobbs 1975 erschossen und damit dessen achtmonatigem Schreckensregiment über Minneapolis ein Ende bereitet. Graham war während der ersten Wochen seines Klinikaufenthalts extrem zurückgezogen. Außerdem weigerte er sich lange, Nahrung zu sich zu nehmen oder zu sprechen. Duller Heidt brach seine Lektüre ab und wandte sich stattdessen den Fotos zu. Auf einem davon war Dr. Lecter abgebildet, mit Handschellen an den Türgriff eines Polizeiautos gekettet. Das andere zeigte Willie Graham beim Verlassen des Chesapeake State Hospital. Am Ende des Artikels befand sich außerdem ein kleines Foto von Freddie Lowndes. Duller Heidt sah sich die Fotos lange an. Dann schnitt er den Artikel aus und steckte ihn in seine Hosentasche. Frisch gebadet und mit seinem Kimono bekleidet, ließ sich Duller Heidt in einem Sessel nieder und schlug das große Buch auf. Über die erste Seite hatte er selbst in großen, kunstvoll ausgeführten Lettern die Worte aus der geheimen Offenbarung geschrieben, und es kam ein großer, roter Drache. Das Buch enthielt zahlreiche Zeitungsausschnitte, von denen die Ältesten das Verschwinden älterer Frauen aus St. Louis und Toledo zum Inhalt hatten. An den Rändern waren herausgebissene Stücke menschlicher Kopfhaut befestigt, die wie in Gottes Sammelalbum gepresste Kometenschweife von verschiedenfarbigem Haar hinter sich herzogen. Auch die Zeitungsberichte über die Jacobis fehlten nicht. Sie waren mit Filmkassetten und Dias, die in Zillophan-Tüten an den Rand der Seiten geklebt waren, ergänzt. Ähnlich waren auch die Vorkommnisse um die Familie Leeds dokumentiert. Die Bezeichnung Zahnschwuchtel war erst seit Atlanta in der Presse aufgetaucht. Sie war in allen Zeitungsausschnitten über die Morde an den Leeds durchgestrichen. Auf die gleiche Weise verfuhr Dullerheide nun mit dem Ausschnitt aus dem Tettler, in dem er jedes Zahnschwuchtel mit mehreren wütenden Strichen unkenntlich machte. Er schlug eine neue, leere Seite auf und schnitt den Artikel aus dem Tettler passgerecht zu. Sollte er Grahams Foto mit einkleben? Er legte es bis auf Weiteres beiseite. Aber Lektor? Das war kein gutes Foto von dem Doktor. In Dullerheides Augen wäre die Lektors Person angemessene Darstellungsweise das düstere Porträt eines Renaissancefürsten gewesen. Denn allein Lektor verfügte unter allen Menschen möglicherweise über das Einfühlungsvermögen und die Erfahrung, die Majestät und Großartigkeit, um Dullerheides Genialität zu begreifen. Dullerheide streifte sich ein neues Paar Gummihandschuhe über und trat an seinen Schreibtisch. Er rollte ein Stück von dem Toilettenpapier ab, das er auf dem Heimbeck gekauft hatte, und warf es in den Abfallkorb. Dann riss er noch einmal einen sieben Blatt langen Streifen ab. Darauf schrieb er nun mit der linken Hand in sauberen Druckbuchstaben einen Brief an Lektor. Er unterschrieb mit den Worten »Ein glühender Verehrer«. Er steckte seinen behandschuhten Daumen in den Mund, nahm sein Gebiss heraus und legte es auf die Schreibtischunterlage. Die obere Platte war etwas ungewöhnlich. An den Zähnen war nichts weiter Auffälliges, und sie waren wohlgeformt und weiß. Doch die Gaumenplatte aus rosa Acryl war extrem unregelmäßig geformt, um sich den Klüften und Spalten seines Zahnfleisches anpassen zu können. An der Platte war außerdem eine Weichplastikprothese befestigt, mit einem Obturator an ihrem Ende, der ihm erlaubte, beim Sprechen die Gaumenspalte zu schließen. Er nahm einen kleinen Behälter aus seinem Schreibtisch, in dem sich ein zweites Gebiss befand. Die Gaumenplatte war die gleiche, nur fehlte ihr die Prothese. Die schiefen Zähne wiesen dunkle Verfärbungen auf und strömten einen leicht unangenehmen Geruch aus. Das Gebiss war mit dem der Großmutter identisch, das sich in dem Glas auf dem Nachttisch in ihrem Schlafzimmer befand. Duller Heids Nasenlöcher weiteten sich etwas von dem Geruch. Er öffnete sein eingesunkenes Lächeln und steckte sich das Gebiss in den Mund, um es unverzüglich mit der Zunge zu befeuchten. Er faltete den Brief über der Unterschrift und biss dann kräftig darauf. Als er den Brief noch einmal entfaltete, war die Unterschrift von ovalen Gebissspuren umrahmend. Sein Siegel. Ein Imprimatur mit altem Blut. Im FBI-Hauptquartier in Washington telefonierte Crawford gerade mit Graham auf dem Flughafen von Birmingham, als seine Sekretärin zur Tür hereinsah und mit einem kurzen Winken seine Aufmerksamkeit auf sich lenkte. Dr. Chilton vom Chisapik Hospital. Er sagt, es wäre dringend. Bleib bitte dran, Will. Crawford drückte auf den Durchstellknopf. Ja, Herr Doktor. Ich habe hier eine Nachricht, oder genauer gesagt zwei Teile einer Nachricht, die von dem Mann zu stammen scheint, der diese Familie in Atlanta. Und woher haben Sie sie? Aus Hannibal Lecters Zelle. Die Nachricht ist auf Toilettenpapier geschrieben. Außerdem weist sie einen vollständigen Gebissabdruck auf. Könnten Sie mir den Inhalt vorlesen, ohne das Papier weiter zu berühren? Es fehlt einiges. Ich lese die Teile, die ich habe. Nachdem Chilton zu lesen aufgehört hatte, trat erst einmal kurzes Schweigen ein. Weiß Lecter, dass Sie den Brief haben? Noch nicht. Er wurde heute Morgen in eine andere Zelle verlegt, damit seine sauber gemacht werden konnte. Der Raumpfleger stieß auf diesen Brief, der in die Kloroller eingerollt war, und hat ihn unverzüglich zu mir gebracht. Wo ist Lecter jetzt? Nach wie vor in der anderen Zelle. Würden Sie bitte einen Moment dranbleiben, Herr Doktor? Darauf schaltete Crawford sich wieder in das Gespräch mit Graham ein. Will. Ein versteckter Brief in Lecters Zelle, möglicherweise von der Zahnspuchtel. Hört sich an wie ein Fernbrief. Er buhlt um Lecters Anerkennung. Außerdem interessiert er sich für dich. Er hat ihm verschiedene Fragen gestellt. Wie sollte Lecter die beantworten? Das kann ich im Moment noch nicht sagen. Ein Teil ist herausgerissen. Sieht ganz so aus, als könnten die beiden in Briefkontakt treten, solange Lecter nicht spitzkriegt, dass wir Bescheid wissen. Ich möchte den Brief im Labor untersuchen lassen. Außerdem würde ich gern Lecters Zelle unter die Lupe nehmen lassen, was natürlich mit gewissen Risiken verbunden ist. Zehn Tote in einem Monat. Ich würde sagen, sieh zu, dass du schleunigst, nach Chesapeake kommst. Crawford rief nach seiner Sekretärin. Sarah, fordern Sie einen Hubschrauber an. Ich bin in fünf Minuten auf dem Dach. Er schaltete sich wieder zu Chilton. Dr. Chilton, wir müssen Lecters Zelle durchsuchen, ohne dass er etwas davon merkt. Wir sind dazu auf Ihre Unterstützung angewiesen. Der Hausmeister soll unverzüglich den Haupthahn für die Wasserversorgung in Lecters Trakt abdrehen, und dann soll er mit seinem Werkzeug an Lecters Zelle vorbei den Flur runterhasten. Er muss in Eile sein, stocksauer und auf jeden Fall zu beschäftigt, um irgendwelche Fragen zu beantworten. Sie verstehen doch, worauf ich hinaus will. Und rühren Sie den Brief nicht an, ja? Wir sind schon unterwegs. Im Lift war es warm, als Crawford, das Haar vom Luftzug der Hubschraubermotoren kräftig zerzaust, mit dem Brief vom Dach herunterkam. Bis er die Dokumentenabteilung erreicht hatte, wischte er sich bereits den Schweiß von der Stirn. Gratuliere zu Ihrer neuen Frisur, begrüßte ihn Baumann, während er den Brief bereits behutsam, aber flink auf seiner Arbeitsunterlage ausbreitete. Wie lange habe ich Zeit? Höchstens 20 Minuten. Die Hauptsache, der entscheidende Punkt ist, wie Lecter antworten sollte. Hier, im oberen Teil, schreibt er, Ich hoffe, wir können miteinander, und dann fehlt ein Stück. Lecter hat das Ganze mit Filzstift durchgestrichen, an den Rändern umgeknickt und dann herausgerissen. Baumann platzierte den Brief zwischen zwei Glasplatten, um die zackigen Ränder des Lochs platt zu drücken. Hier und hier könnte es sich um die Spitzen von zwei T's handeln. Und das hier könnte der Rest eines M oder N oder auch eines R sein. Die einzige sichere Lösung wäre eine Zeitungsannonce. Wir wissen, dass dieser reizende Mensch den Tetler liest. Dieser Artikel über Graham und Lecter stand im Tetler. Drei T's und ein R. Wie in Tetler. Und er vermischt ist vielleicht? Ich jedenfalls würde dort mal nachsehen. Crawford gab seine Anweisungen telefonisch an die Außendienststelle in Chicago durch. Der Tetler kommt heute Abend raus. Er wird montags und donnerstags in Chicago gedruckt. Wir bekommen die Fahnen des Anzeigenteils unverzüglich zugestellt, sagte Crawford, als er schon auf dem Weg zum Ausgang war. Zwei Stunden später trafen sich Graham und Crawford in seinem Büro. Ich habe ganz vergessen, Sarah zu sagen, sie soll dich mit einem Wagen abholen lassen. Mit der Metro war ich schneller hier. Konntet ihr den Brief wieder unbemerkt in Lecters Zelle schmuggeln? Crawford nickte. Gerade noch rechtzeitig. Wir haben auf dem Boden im Korridor eine kleine Überschwemmung simuliert, deren Ursache angeblich ein Wasserrohrbruch war. Wir ließen einen unserer Leute als Klempner verkleidet die ganze Sauerei aufwischen, als Lecter in seine Zelle zurückgebracht wurde. Der Mann glaubt nicht, dass Lecter Lunte gerochen hat. Und was glaubst du? Was die Aussicht auf eine mögliche Identifizierung des Schreibers betrifft, bringt uns der Brief keinen Schritt weiter. Die Gebissspuren auf dem Papier stimmen mit denen an den ermordeten Frauen überein, erwiderte Crawford. Wir müssen uns also den Kontakt zwischen den beiden irgendwie zunutze machen. Allerdings will ich verdammt sein, wenn ich schon wüsste, wie. Ich erwarte übrigens in wenigen Minuten die vollständigen Laborberichte. Hier ist übrigens der Brief. Mein verehrter Dr. Lecter, ich wollte Ihnen mitteilen, dass ich hoch erfreut über das Interesse bin, das Sie an mir bekundet haben. Von Bedeutung ist nur, was ich werde. Mir ist klar, dass nur Sie allein das verstehen können. Ich habe verschiedene Dinge, die ich Ihnen nur zu gern zeigen würde. Ich hoffe, wir können weiter miteinander. Mir fehlt einiges. Ich zähle schon seit Jahren zu Ihren Bewunderern und habe eine komplette Sammlung aller Zeitungsberichte über Sie, die ich allerdings eher als höchst unfaire Kritiken Ihrer Person betrachte. Nicht minder unfair als die meiner Person. Die Herren von der Presse scheinen es zu lieben, mit geringschätzigen Spitznamen um sich zu werfen. Sonderermittler Graham interessiert mich. Für einen Schnüffler sieht er doch reichlich eigenartig aus, finden Sie nicht auch? Verzeihen Sie das etwas ungewöhnliche Briefpapier. Ich habe mich dafür entschieden, da es sich sehr rasch auflösen wird, falls Sie gezwungen sein sollten, es zu verschlucken. Mir fehlt wieder ein Stück. Unterschrieben mit Ihr glühender Verehrer. Graham las den Brief zweimal durch. Der Anblick der krakeligen Striche, die sich zu seinem Namen zusammenfügten, rief ein leises Sirren in seinem Kopf hervor. Falls Lecter seinem Freund vermitteltes Tettler eine Nachricht zukommen lassen will, dann dürfte die Zeit doch wohl kaum gereicht haben, noch in der heute Abend erscheinenden Ausgabe eine Annonce unterzubringen. Übrigens nimmt sich Chester von unserer Außenstelle in Chicago in der Druckerei schon die Annoncen vor, unterbrach Crawford seine Gedanken. Dass bloß die Redaktion des Tettler davon nicht Wind bekommt, warnte Graham. In der Druckerei denken Sie, Chester wäre ein Makler, der möglichst früh an die Wohnungsannoncen herankommen will. Der Vorarbeiter verkauft ihm die Druckfahnen unter der Hand und entsprechend wird er auch dafür sorgen, dass niemand etwas davon erfährt. Aber jetzt mal angenommen, wir finden heraus, wie Lecter seinem glühenden Verehrer antworten sollte und es gelingt uns anhand dessen, dem Mörder eine falsche Botschaft zu übermitteln. Was wollen wir ihm dann überhaupt übermitteln? Wie sollen wir von dieser Möglichkeit Gebrauch machen? Das Naheliegendste wäre, ihn zu einem toten Briefkasten zu locken, schlug Graham vor. Ihn mit etwas zu ködern, das er unbedingt sehen sollte, zum Beispiel wichtiges Beweismaterial, von dem Lecter aus den Gesprächen mit mir weiß. Irgendein Fehler, der ihm unterlaufen ist und auf den wir nun warten, dass er ihn wiederholt. Crawfords Telefon klingelte. Er sprach kurz hinein. Im Labor sind Sie jetzt mit dem Brief fertig. Lass uns gehen, Will. Lloyd, haben Sie irgendetwas bemerkt, was darauf hindeutet, dass der Brief nicht von unserem Freund stammt? fragte ihn Crawford. Vor ein paar Minuten habe ich gerade noch mit Chicago telefoniert, um Ihnen ein paar Zahlen durchzugeben, die sich in der Rückseite des Papiers eingedrückt hatten. 666. Mittlerweile liegen uns aus Chicago über 200 Kontaktanzeigen vor. Erreichte Graham einen Packen Data-Fax-Kopien. Ich weiß nicht recht, wie wir die spezielle Annonce erkennen sollten, falls es sie tatsächlich gibt. Bisher ist die Zahlenkombination 666 jedoch noch in keiner Anzeige aufgetaucht. Tja, das wär's dann auch schon, erklärte Bowman. Graham machte sich daraufhin über die Kontaktanzeigen aus dem Tettler her. Voll in der ungestillten Sehnsucht und der Einsamkeit der Annoncen aufgehend, bemerkte Graham erst gar nicht, dass Crawford ihn ansprach. In 40 Minuten geht der Tettler in Druck, Will. Wir müssen unbedingt eine Ersatzannonce parat haben, falls die in Chicago fündig werden. Gut, ich werde mir was ausdenken. Dann regle ich inzwischen das mit dem toten Briefkasten. Crawford rief den Secret Service an und führte ein längeres Gespräch. Graham machte sich immer noch eifrig Notizen, als er schließlich einhängte. Eine Frauenstimme ertönte aus einem in der Decke eingebauten Lautsprecher. Mr. Crawford, bitte dringend ins Büro kommen. Dort saß Sarah, Kopfhörer übergestülpt, an der Schreibmaschine. Crawford linste ihr über die Schulter. In Chicago haben sie inzwischen einen Anzeigenauftrag mit der Zeilenkombination 666 entdeckt, gab Crawford Graham zu verstehen, ohne den Blick von Sarahs Schreibmaschine abzuwenden. Sie geben sie gerade an Sarah durch. Ein Teil davon soll wie ein Kot aussehen. Die Zeilen ratterten aus Sarahs Schreibmaschine. Geschätzter Pilger, Sie lassen mir zu viel der Ehre zukommen. Das ist es, das muss es sein, platzte Graham heraus. Lecter hat ihn im Laufe unserer Unterhaltung einmal als Pilger bezeichnet. Sie sind bewunderungswürdig. Ich bringe hundert Gebete für Ihre Sicherheit da. Finden Sie Trost in Johannes 6, 22. Beim Abtippen der Bibelstellen kam Sarah merklich langsamer voran, da sie jede Zahlenangabe sofort wiederholte, um jeglichen Missverständnissen vorzubeugen. Als sie schließlich fertig war, nahmen die Bibelstellen ein Viertel einer Schreibmaschinenseite ein. Unterzeichnet war das Ganze mit Gott segne sie 666. Ein Code, bemerkte Graham. Ja, das muss es wohl sein. Wir haben 22 Minuten Zeit, eine andere Nachricht in die Zeitung zu setzen, wenn es uns gelingt, ihn zu knacken. Baumann legte den Anzeigentext auf seinen Schreibtisch und las ihn mehrere Male durch. Dann nahm er eine Bibel aus seinem Bücherregal. Fünf Minuten lang war dann nichts mehr zu hören als der Atem der beiden Männer und das Rascheln von Dünndruckpapier. Der Code ist relativ simpel, deshalb tippe ich auf einen Buchcode. Cronfort betrat das Büro. Ein Buchcode? Sieht zumindest ganz so aus. Bei der ersten Zahl, den 100 gebeten, könnte es sich um eine Seitenzahl handeln. Die Ziffernpaare der Bibelstellen könnten Zeile und Buchstabe kennzeichnen. Die Frage ist nur, aus welchem Buch. Falls die Zahnspuchtel den Buchtitel bestimmt hat, muss es sich dabei um ein Buch handeln, von dem er wusste, dass es Lektor in seiner Zelle haben würde. Was haben darüber denn die Zeitungen geschrieben, Jack? Ich meine über Lektors Lektüre. Dass er Bücher über medizinische und psychologische Themen liest. Und Kochbücher. Demnach könnte es sich um ein Standardwerk auf einem dieser Gebiete handeln. Ein gängiger Titel, von dem die Zahnspuchtel annehmen konnte, dass Lektor ihn bestimmt in seiner Zelle haben würde, gab Baumann zu bedenken. Wir brauchen eine Aufstellung der Bücher, die Lektor in seiner Zelle hat. Haben Sie so eine Liste? Nein. Halt! Die haben doch seine Zelle fotografiert, bevor Sie sie durchsucht haben, um dann alles wieder an seinen Platz zurückstellen zu können. Dann bitten Sie sie doch, sich mit den Fotos von den Büchern in der Kongressbibliothek mit mir zu treffen, erklärte Baumann auf dem Weg zur Tür. Crawford sah auf seine Uhr. Wir haben jetzt die Wahl zwischen drei Möglichkeiten, Will, und wir müssen uns jetzt auf der Stelle für eine davon entscheiden. Wir lassen Lektors Annonce besser drinnen. Zumindest wird sie die Zahnspuchtel ermutigen, sich wieder mit ihm in Verbindung zu setzen. Und wenn er ihn darin zu etwas anderem ermuntert, als nur wieder einen Brief zu schreiben, dann wird uns das Ganze noch einige Zeit schwer im Magen liegen. In der Stunde vor Morgengrauen erwachte Crawford euch an Telefonleuten aus tiefem Schlaf. Jack, hier spricht Lloyd Bauman. Ich habe den Code geknackt, und ich dachte, Sie würden den Inhalt der Nachricht unverzüglich wissen wollen. Schießen Sie schon los, Lloyd. Die Nachricht lautet wie folgt. Graham zu Hause, Marathon, Florida. Rette dich, alle umbringen. Gütiger Gott, wir dürfen keine Zeit verlieren. Crawford stürzte in sein Arbeitszimmer, ohne sich die Zeit zu nehmen, in seinen Morgenmantel zu schlüpfen. Er telefonierte zweimal mit Florida, einmal mit dem Flughafen und rief schließlich Graham in seinem Hotel an. Will, Bauman hat eben den Code geknackt. Und, was ist dabei herausgekommen? Sag ich dir gleich, jetzt hör mir erst mal gut zu. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich habe bereits alles Nötige geregelt, sodass du beruhigt am Apparat bleiben kannst. Mach's doch nicht so spannend. Deine Privatadresse. Lektor hat diesem Irren deine Adresse in Marathon gegeben. Bitte bleib dran, Will. Die Zahnschwuchtel kann in der kurzen Zeit noch nichts unternommen haben. Du kannst effektiver vorgehen, wenn du dir von mir helfen lässt. Hör also erst mal gut zu. Crawford beschrieb ihm alle Vorkehrungen, die er getroffen hatte. Du kannst Molly ja anrufen, wenn sie aufwacht. Ich komme dich in einer halben Stunde abholen. Da werde ich nicht mehr hier sein. Die nächste Maschine nach Florida geht erst um acht. Es wird vernünftiger sein, sie hierher zu bringen. Sie können im Haus meines Bruders in Chesapeake unterkommen. Ich habe bereits einen ausgezeichneten Plan, Will. Warte also erst mal ab und hör ihn dir in Ruhe an. Falls du etwas daran auszusetzen hast, setze ich dich persönlich in das nächste Flugzeug. Molly und Willi waren unter den ersten Passagieren, die am Nachmittag auf dem National Airport von Washington die Maschine verließen. Molly sah Graham erst von oben bis unten prüfend an, bevor sie einen letzten Schritt auf ihn zutrat und ihm einen Kuss auf die Wange drückte. Ihre sonnengebräunten Finger fühlten sich kühl an auf seiner Haut. Willi schüttelte ihm die Hand mit weit von sich gestricktem Arm. Graham tat es furchtbar leid, dass Molly seinetwegen gezwungen war, ihr Heim, das sie so sehr liebte, zu verlassen, um in einer völlig fremden Umgebung zu leben. Crawford hatte sich wirklich Mühe gegeben. Das gemütliche Häuschen war das Produkt liebevoller Pflege und unverkennbaren Ordnungssinns. Der Garten, der sich dahinter anschloss, fiel sanft zur Chesapeake Bay ab und auf das Wasser führte ein hölzerner Steg hinaus. Es gab auch einen Fernsehraum. Graham wusste, dass Molly und Willi sich ein Baseballspiel ansehen würden. Willis Vater war Baseballprofi gewesen und nicht der schlechtesten einer. Er wurde in den engeren Kreis der ersten Mannschaft der Cardinals aufgenommen. Doch dann bekam er plötzlich diese Schluckbeschwerden. Fünf Monate später war er tot. Willi war damals sechs. Molly sah Baseball nur, wenn sie sich Sorgen machte. Der Anrufer, der sich Pilger genannt hatte, hatte Sarah gesagt, er würde am nächsten Nachmittag vielleicht noch einmal anrufen. Im FBI-Hauptquartier hatte man nun gewisse Vorbereitungen getroffen, diesen Anruf hingegenzunehmen. Neben Graham standen Dr. Alan Bloom und Crawford. Sie hatten alle drei Hände in den Hosentaschen dieselbe abwartende Haltung eingenommen. Wie lange brauchen Sie, um festzustellen, woher der Anruf kommt, wollte Dr. Bloom wissen. Mit den neuen Relais geht das wesentlich schneller, als die meisten Leute denken, erklärte ihm Crawford. Vielleicht eine Minute, wenn er über eine rein elektronische Schaltung reinkommt. Wenn wir uns allerdings erst langsam an den speziellen Anschluss rantasten müssen, dauert es etwas länger. Auf der großen Uhr an der Wand war es zehn Minuten vor zwölf Uhr mittags. Und dann warten. Das Telefon klingelte. Der Techniker schaltete das Klingelzeichen dazwischen, während in der Schaltzentrale bereits die Herkunft des Anrufs ermittelt wurde. Sarah nahm ab. Special Agent Crawfords Büro? Die Anwesenden waren gleichzeitig gelangweilt und angespannt. Nach einer Weile kam Lloyd Bauman vorbei, um zu demonstrieren, wie er anhand der Bibelstellen und Seite 100 der Taschenbuchausgabe von »Freude am Kochen« Nektars schiffrierte Nachricht entschlüsselt hatte. Sarah nickte mehrmals mit dem Kopf, sehr nachdrücklich. Graham betrat die Kabine und schloss die Tür hinter sich. Er konnte sehen, wie sie Beverleys Lippen bewegten. Sie drückte auf den Durchstellknopf und sah auf den Sekundenzeiger der Wanduhr. Vierzig Sekunden waren verstrichen. Das Telefon bewegte sich leicht auf seiner Unterlage, als es klingelte. Lass es läuten. Noch einmal. Fünfundvierzig Sekunden. Jetzt. Hier spricht Will Graham. Womit kann ich Ihnen dienen? Leises Gelächter. Eine gedämpfte Stimme. Das werden Sie gleich sehen. Wer ist bitte am Apparat? Hat Ihnen das Ihre Sekretärin nicht gesagt? Nein, aber sie hat mich aus einer Besprechung geholt, Sir, weshalb ich Sie bitten möchte. Falls Sie mir sagen wollen, Sie möchten nicht mit Mr. Pilger sprechen, hänge ich auf der Stelle ein. Ja oder nein? Wenn es sich um ein Problem handelt, bei dem ich Ihnen in irgendeiner Weise behilflich sein kann, dann selbstverständlich gern, Mr. Pilger. Derjenige, der ein Problem hat, dürften eher Sie sein, Mr. Graham. Bedauere aber, ich fürchte, Sie nicht recht zu verstehen. Der Sekundenanzeiger stand kurz davor, eine Minute voll zu machen. Sie waren in letzter Zeit ziemlich beschäftigt, nicht wahr, fuhr der Anrufer fort. Jedenfalls beschäftigt genug, um meine Zeit nicht länger mit Ihnen zu vergeuden, falls Sie nicht allmählich zur Sache kommen. Tja, wir sind sozusagen gemeinsam in eine Sache verwickelt, in Atlanta und Birmingham. Wissen Sie etwas darüber? Leises Gelächter. Ob ich darüber etwas weiß? Haben Sie Interesse an Mr. Pilger? Ja oder nein? Ich hänge auf der Stelle auf, falls Sie lügen. Aber sicher. Allerdings bekomme ich, wie Sie sicher verstehen werden, eine Menge Anrufe in dieser Angelegenheit, wobei alle von Leuten kommen, die behaupten, etwas über diesen Fall zu wissen. Eine Minute. Aber man braucht nur ein paar Minuten mit Ihnen zu sprechen, um zu wissen, dass es Ihnen sogar an der Fähigkeit fehlt, auch nur zu verstehen, worum es in dieser Sache eigentlich geht. Wie ist das mit Ihnen? Sarah hielt ein Blatt Papier gegen die Scheibe der Kabinentür. Darauf stand, Telefonzelle in Chicago, Polizei bereits unterwegs. Wissen Sie was? schlug die gedämpfte Stimme vor. Sie erzählen mir etwas über Mr. Pilger und dann sage ich Ihnen vielleicht, ob Sie recht haben oder nicht. Woher soll ich wissen, dass Mr. Pilger etwas getan hat, das mich interessieren könnte? Ist das denn der Fall? Sagen wir mal ja. Sind Sie Mr. Pilger? Ich glaube nicht, dass ich Ihnen das sagen werde. Sind Sie sein Freund? So könnte man es vielleicht nennen. Na gut, dann beweisen Sie mir das doch. Sagen Sie mir etwas, dem ich entnehmen kann, dass Sie ihn wirklich gut kennen. Erst Sie. Erst will ich was von Ihnen hören. Ein nervöses Kichern. Sobald Sie was Falsches sagen, hänge ich auf. Also gut, Mr. Pilger ist Rechtshänder. Das dürfte nicht allzu schwer zu raten gewesen sein. Schließlich sind das die meisten Menschen. Mr. Pilger wird missverstanden. Keine Allgemeinplätze, bitte. Mr. Pilger ist körperlich ziemlich kräftig. Ja, das könnte man sagen. Graham sah auf die Uhr. Eine Minute und eine halbe. Crawford nickte ihm aufmunternd zu. Mr. Pilger ist von weißer Hautfarbe und etwa 1,80 groß. Sie haben mir bisher ja noch gar nichts über ihn gesagt. Woher soll ich also wissen, dass Sie ihn überhaupt kennen? Möchten Sie das Gespräch abbrechen? Nein. Sie haben doch diesen Handel vorgeschlagen. Ich bin lediglich auf Ihre Bedingungen eingegangen. Glauben Sie, dass Mr. Pilger verrückt ist? Blum schüttelte den Kopf. Ich halte niemanden, der so geschickt vorgeht, wie er es getan hat, für verrückt. Er ist meiner Meinung nach nur anders. Allerdings bin ich mir sicher, dass ihn eine Menge Leute für verrückt halten und der Grund dafür ist, dass er der Öffentlichkeit bis jetzt noch keine Gelegenheit geboten hat, ihn besser verstehen zu können. Beschreiben Sie ganz genau, was er mit Mrs. Leeds getan hat. Dann sage ich Ihnen vielleicht, ob Sie recht haben oder nicht. Das möchte ich lieber nicht. Auf Wiedersehen. Grahams Herz machte einen Sprung, aber er konnte noch immer am anderen Ende der Leitung leisen Atem hören. Dazu möchte ich mich erst äußern, wenn ich weiß, Abraham hörte, wie die Tür dieser Telefonzelle in Chicago aufflog und der Hörer scheppernd gegen das Gehäuse schlug. Dann drangen nur noch fernes Stimmengewirr und dumpfes Gepoche durch den an der Schnur hin- und herschwingenden Hörer. Alle im Büro hörten über die Lautsprecheranlage mit. Stehen bleiben, keine Bewegung. Und jetzt verschränken Sie Ihre Finger im Nacken und kommen schön langsam rückwärts aus der Zelle. Schön langsam. Legen Sie jetzt die Hände gegen die Tür und spreizen Sie die Beine. Unendliche Erleichterung, durchflutete Graham. Ich bin nicht bewaffnet, Stan. Sie finden meinen Ausweis in meiner Brusttasche. Nicht, das kitzelt. Eine verdutzte Stimme laut am Telefon. Mit wem spreche ich bitte? Will Graham, FBI. Hier spricht Sergeant Stanley Riddle von der Chicagoer Polizei. Könnten Sie mir vielleicht erklären, was dieser ganze Zirkus soll? Das hätte ich eigentlich gern von Ihnen gehört. Haben Sie nicht eben einen Mann festgenommen? Allerdings. Freddy Lowndes, den Reporter. Ich kenne den Mann schon seit zehn Jahren. Hier ist Ihr Notizbuch, Freddy. Haben Sie irgendwelche Anklagepunkte gegen ihn vorzubringen? Rahams Gesicht war inzwischen totenbleich. Das Crawfords erstrahlte dafür in umso dunklerem Rot. Plötzlich war Lowndes am Apparat. Nachdem er die Wattebäusche aus seinem Backen entfernt hatte, sprach er nun rasch und klar verständlich. Ich will, hören Sie. Das können Sie gleich alles dem Staatsanwalt erklären. Geben Sie mir sofort noch einmal Sergeant Riddle. Ich weiß etwas. Geben Sie mir Riddle! An diesem Punkt schartete sich Crawfords Stimme in das Gespräch ein. Lassen Sie mich das regeln, Will. Graham knallte den Hörer mit solcher Wucht auf die Gabel zurück, dass alle in unmittelbarer Nähe des Telefonlautsprechers unwillkürlich zusammenzuckten. Er kam aus der Kabine und verließ den Raum, ohne einen der Anwesenden eines Blickes zu würdigen. Lowndes, wissen Sie eigentlich, was Sie da angerichtet haben? legte Crawford nun los. Sie wollen diesen Irren doch fassen, oder nicht? Ich kann Ihnen dabei helfen. Lassen Sie mich also erst mal in Ruhe zu Ende sprechen. Sie haben mir doch eben selbst gezeigt, wie dringend Sie auf die Unterstützung des Tetler angewiesen sind. Vorher war ich mir dessen nicht so sicher, aber jetzt schon. Diese Annonce hat doch mit dem Zahnspuchtelfall zu tun. Oder hätten Sie sich sonst etwa solche Mühe gemacht, festzustellen, woher dieser Anruf kam? Wie gesagt, der Tetler steht Ihnen zu Diensten, allzeit bereit. Es gibt nichts, worin wir Sie mit einbeziehen könnten. Na gut, dann macht es vermutlich ja auch nichts aus, wenn in der nächsten Ausgabe sechs Anzeigen erscheinen, alle für Mr. Pilger bestimmt und wie gehabt unterzeichnet. Wenn Sie unbedingt wollen, dass ich Ihnen mit einer einstweiligen Verfügung und einer Anzeige wegen Rechtsbehinderung komme, bitte. Darüber hinaus könnte etwas von der ganzen Sache an die übrigen Zeitungen des Landes durchsickern. Launce wusste, dass seine Worte auf Band aufgezeichnet wurden, aber das schien ihn nicht im Geringsten zu stören. Ich schwöre Ihnen, Crawford, ich werde es tun. Ich mache Ihnen einen Strich durch die Rechnung, wenn Sie mich nicht in die Ermittlungen mit einbeziehen. Fügen Sie dem, was ich eben gesagt habe, noch bundesweite Verbreitung einer sicherheitsgefährdenden Information hinzu. Lassen Sie mich Ihnen helfen, Jack. Ich bin dazu sehr wohl in der Lage. Glauben Sie mir. Crawford fand Graham in dem kleinen Arbeitsraum neben dem Labor, das er für sich angefordert hatte, um dort die Fotos und die privaten Dokumente der Opfer unterzubringen. Ich wollte dir nur sagen, was wir für den 25. zu erwarten haben. Er hätte Graham nicht extra darauf aufmerksam machen müssen, dass der nächste Vollmond auf den 25. fiel. Wenn er neuerlich zuschlagen wird? Ja. Falls wir am 25. in Schwierigkeiten kommen. Nicht falls. Denn, da er offensichtlich eine ausgesprochene Vorliebe fürs Wochenende hat, halten wir uns also von Freitag dem 22. an bereit. Dann erklärte er Graham detailliert die Sicherheitsvorkehrungen, die er getroffen hatte. Nachdem Graham alles gehört hatte, ließ er seinen Kopf auf die Stuhllehne zurücksinken und starrte an die Decke. Also weißt du, Jack. Was? Du willst mich also tatsächlich ans Messer liefern? Ich fürchte, ich verstehe nicht recht, was du damit meinst. Das tust du sehr wohl. Du hast also tatsächlich beschlossen, mich als Lockvogel zu benutzen, da du nicht weißt, was du sonst tun solltest. Bevor du mich also daraufhin ansprichst, malst du mir erst mal in den schauerlichsten Farbtönen aus, wie schlimm es das nächste Mal werden wird. Psychologisch verdammt gerissen. Zumindest für einen Trottel wie mich. Was dachtest du wohl, dass ich darauf geantwortet hätte? Hast du etwa Angst, ich könnte seit der Geschichte mit Lecter nicht mehr den genügenden Mumm für so etwas haben? Nein. Und wenn es so wäre, könnte ich es dir nicht mal zum Vorwurf machen. Aber was bleibt mir schließlich schon anderes übrig? Wir können nicht mehr nach Hause, solange dieser Kerl sich nicht hinter Schloss und Riegel befindet. Ich habe nie daran gezweifelt, dass du dich dazu bereit erklären würdest. Graham spürte, dass das ehrlich gemeint war. Demnach ist es also noch etwas anderes? Crawford sagte nichts. Graham starrte ihn einen Augenblick lang an. Verdammt noch mal, Jack. Dann hast du also beschlossen, Freddy Lawrence mit einzubeziehen? Du und diese Ratte. Ihr seid euch also einig geworden. Stirnrunzeln starrte Crawford auf einen Punkt auf seiner Krawatte. Schließlich sah er Graham an. Du weißt selbst, dass das die beste Möglichkeit ist, ihn zu ködern. Die Zahnspuchtel wird den Teddler sorgfältig studieren. Was können wir denn sonst tun? Muss es denn unbedingt Lawrence sein? Er hat nun mal beim Teddler einiges zu sagen. Demnach werde ich also im Teddler kräftig gegen die Zahnspuchtel vom Leder ziehen, um ihn ordentlich gegen mich aufzubringen. Du hältst das also für besser als die Sache mit dem toten Briefkasten. Spar dir deine Antwort. Ich weiß, dass es so ist. Hast du schon mit Blum darüber gesprochen? Nur flüchtig. Wir werden uns beide erst noch ausführlich mit ihm unterhalten müssen. Und mit Lawrence. Mit Lawrence kannst du doch reden. Mich braucht ihr dazu nicht unbedingt. Er muss ein Interview mit dir machen, Will, sagte Crawford sanft. Und er braucht ein paar Fotos von dir. Als es schließlich soweit war, sollte Graham sowohl Blum wie Crawford überraschen. Er schien durchaus bereitwillig, Lawrence zu treffen und mit Ausnahme der kalten blauen Augen war sein Gesichtsausdruck sogar freundlich. In dem Interview mit Lawrence machte Graham Aussagen, zu denen sich kein FBI-Agent hätte hinreißen lassen und die keine seriöse Zeitung abgedruckt hätte. Er äußerte Vermutungen, dass die Zahnspuchtel hässlich und Personen beiderlei Geschlechtsgegenüber impotent war. Außerdem behauptete er fälschlich, der Mörder hätte sich an seinen männlichen Opfern sexuell vergangen. Graham erklärte, die Zahnspuchtel wäre sicher die Witzfigur seines Bekanntenkreises und der Spross eines inzestuösen Elternhauses. Besondere Betonung legte er auf die Feststellung, dass die Zahnspuchtel offensichtlich nicht annähernd so intelligent war wie Hannibal Lecter. Außerdem erklärte er sich bereit, dem Teddler weitere Erkenntnisse und Beobachtungen über den Mörder unverzüglich mitzuteilen. Graham erklärte sich sogar einverstanden, sich während des Interviews gemeinsam mit Lawrence fotografieren zu lassen. Zu Dr. Blums Überraschung legte Graham sogar kameradschaftlich eine Hand auf Lawrence' Schulter, bevor Crawford auf den Auslöser drückte. Das Interview und die Fotos erschienen in der nächsten Ausgabe des Teddler, die am darauf folgenden Tag, einem Montag, dem 11. August, herauskam. Sobald er das vollständige Material hatte, flog Lawrence damit nach Chicago. Er sagte, er wollte die Drucklegung selbst überwachen. Von Dienstag an, sobald der Teddler herauskam, sollten dem Killer zwei Fallen gestellt werden. Graham sollte sich jeden Abend in seine vorübergehende Unterkunft begeben, die auf einem der Fotos im Teddler zu sehen war. Außerdem lud eine schiffrierte Annonce unter Vermischtes die Zahnschwuchtel ein, zu besagtem toten Briefkasten in Annapolis zu kommen, der rund um die Uhr observiert wurde. Sonntag und Montag vergingen in einem seltsam verschobenen Zeitrhythmus. Die Minuten schleppten sich endlos dahin, während die Stunden wie im Flug vergingen. Am Montagnachmittag fuhr Graham zu seinem letzten gemeinsamen Abend mit Molly und Willi nach Chesapeake Bay hinaus. Nach dem Abendessen fuhr er mit seiner Frau und seinem Stiefsohn noch einkaufen. Er wollte ihr nicht erzählen, was sie nun vorhatten. Als sie ihn fragte, was er während der nächsten Woche zu Abendessen wollte, sagte er ihr, dass er zurück nach Birmingham müsste. Es war das erste Mal, dass er sie wirklich belog, und er kam sich dabei so schmierig vor wie ein abgegriffener alter Geldschein. Er beobachtete Molly, seine hübsche Ehefrau, die ständig auf der Hut vor Knoten in der Brust war, in seinem und Willis Fall darauf bestand, dass sie sich vierteljährlich gründlich ärztlich untersuchen ließen und die so tapfer gegen ihre Angst vor der Dunkelheit ankämpfte. Während Molly sich zwischen den Regalen mit Lebensmitteln auf- und abbewegte, wechselte sie ihre Handtasche ungewöhnlich häufig von einer Schulter auf die andere, als wöge die Schusswaffe darin mehr als ihre 600 Gramm. Auf unterschiedliche Weise mit Lügen, Schusswaffen und Einkäufen beladen, bildeten die drei einen kleinen, ernsten Trupp. Um Mitternacht brannte die Lampe auf Dölarheids Schreibtisch noch immer. Der Zettel mit der entschlüsselten Nachricht aus dem Tettler lag zerknüllt auf dem Boden. Dölarheit verließ seinen Schreibtisch. Er hockte in dem kühlen Modergeruch von Erde und Schimmel auf der Kellertreppe. Der Strahl seiner Taschenlampe wanderte über mit Decken verhängte Möbel, die verstaubten Rückseiten der großen Spiegel, die ehemals im Haus aufgehängt waren. Der Lichtschein verharrte auf einem hohen, verhängten Gegenstand. Als er die darüber geworfene Decke entfernte, ließ ihn der dadurch aufgewirbelte Staub mehrmals kräftig niesen. Es war ein alter Eichenholzrollstuhl, den er aufgedeckt hatte. Er war eines von drei ähnlichen Gefährten im Keller, massiv gebaut, sorgfältig gearbeitet und mit hoher Rückenlehne. Die Rollstühle waren seiner Großmutter in den 40er Jahren für das Altersheim zur Verfügung gestellt worden, das sie damals geführt hatte. Die Räder quietschten erbärmlich, als Dollarheit den Stuhl zur Kellertür schob. Trotz seines Gewichts trug in Dollarheit problemlos die Treppe hinauf. In der Küche ölte er erst einmal die Räder. Die kleinen Vorderräder quietschten auch dann noch, aber die hinteren hatten gute Lager und drehten sich ganz leicht, wenn er sie mit dem Finger in Bewegung setzte. Durch das tröstliche Summen der Räder wurde seine verzehrende Wut zunehmend gelindert. Während er nun die Räder drehte, fiel Dollarheit in ihr leises Summen ein. Als Freddie Lowens Dienstagnachmittag die Redaktion des Tetler verließ, war er zwar müde, aber dennoch bester Stimmung. Er hatte den Artikel für den Tetler während des Fluges von Washington geschrieben und dann in die Sätzerei gebracht, wo er noch eine halbe Stunde mit dem Layout beschäftigt war. Er fuhr nach Hause, um noch drei Stunden zu schlafen, bevor er nach Washington flog, um sich in der Nähe der Falle dann mit Crawford zu treffen. Ein schwarzer Kombi war in der Tiefgarage so abgestellt, dass er ein gutes Stück von Lowens gekennzeichneter Stellfläche in Anspruch nahm. Lowens stieß seine Tür so heftig auf, dass sie eine deutlich sichtbare Beule in der Seite des schwarzen Kombi hinterließ. Das sollte diesem rücksichtslosen Kerl eine Lehre sein. Lowens schloss eben seinen Wagen ab, als hinter ihm die Tür des Kombi aufging. Er kam gerade noch dazu, sich zur Hälfte nach dem Geräusch umzudrehen, als ihn ein harter Gegenstand über dem Ohr traf. Zwar bekam er noch die Hände hoch, aber seine Knie versagten ihm den Dienst. Als seine nach Sauerstoff gierenden Lungen wieder Gelegenheit erhielten, sich zu füllen, saugten sie stattdessen jedoch Chloroform ein. Dollar Hyde stellte den Kombi hinter seinem Haus Abstieg aus und streckte sich. Die ganze Fahrt von Chicago über hatte er gegen einen extrem starken Seitenwind anzukämpfen gehabt, entsprechend verkrampft waren seine Arme. Er öffnete die Hecktür des Kombi und brachte eine Rampe daran an. Dann rollte er den Rollstuhl heraus, in dem Lounge saß. Er hatte ihn geknebelt und ihm die Augen verbunden und bis auf die Unterhose entkleidet. Obwohl er nur halb bei Bewusstsein war, sackte er nicht in sich zusammen, er saß sogar sehr aufrecht in dem Rollstuhl, den Hinterkopf gegen die Rückenlehne gepresst. Dollar Hyde hatte ihn von Kopf bis Fuß mit Epoxykleber an den Rollstuhl geklebt. Dollar Hyde rollte ihn ins Haus und stellte ihn wie zur Strafe mit dem Rücken zum Raum in eine Ecke des Wohnzimmers. »Ist Ihnen kalt?« »Ist Ihnen kalt?« »Möchten Sie eine Decke?« Dollar Hyde entfernte die Heftpflaster über Launs Augen und Mund und hielt ihm dann eine Ammoniakflasche unter die Nase. Davon öffneten sich Launs Augen auf die noch etwas verschwommenen Linien einer Zimmerecke. Er hustete kurz und begann zu sprechen. »Ein Unfall? Bin ich schwer verletzt? Mein Rückenschmerz und meine Haut? Habe ich Verbrennungen erlitten? Ich hoffe nur, dass ich keine Verbrennungen habe.« Die Stimme hinter ihm. »Nein, Mr. Launs, Ihnen fehlt nichts. Ich bin gleich wieder zurück. Was soll ich hier?« »Büßen, Mr. Launs.« Launs hoffte, er würde träumen. Er versuchte, seinen Arm von der Lehne zu heben, wobei er den Zug ganz bewusst so lange erhöhte, bis die Schmerzen in seiner Handfläche und an seinem Unterarm so stark wurden, dass sie ihn aus jedem Traum hätten aufwachen lassen. Wenn er sich anstrengte, konnte er seine Augen so weit verdrehen, dass er für ein paar Sekunden seinen Arm ins Blickfeld bekam. Und nun sah er auch, wie er an dem Rollstuhl befestigt war. Das war kein Stützverband zum Schutz eines gebrochenen Rückens. Ebenso wenig befand er sich in einem Krankenhaus. Jemand hatte ihn gefangen genommen. »Wissen Sie nicht, wer ich bin, Mr. Launs?« »Nein, und ich will es auch gar nicht wissen, glauben Sie mir.« »Ihren Aussagen zufolge bin ich ein fieser, perverser, sexueller Versager, eine Bestie, wie Sie selbst gesagt haben. Jetzt wissen Sie doch Bescheid oder etwa nicht.« »Ja.« Launs hörte Atemgeräusche hinter sich. Eine Hand, kräftig und blass. Der Rollstuhl begann sich zu drehen. »Nein, ich will Sie nicht sehen.« »Sie müssen aber, Mr. Launs. Sie sind schließlich Reporter. Sie sind doch hier, um für Ihre Leser zu schreiben. Wenn ich Sie herumgedreht habe, öffnen Sie die Augen und sehen mich an. Falls Sie Ihre Augen nicht freiwillig öffnen sollten, werde ich Ihnen die Lider an die Stirn heften müssen.« Ein schmatzendes Geräusch von feuchten Lippen, ein kurzes Klicken und der Rollstuhl wirbelte herum. Launs, die Augen krampfhaft geschlossen, war nun dem Raum zugewandt. Fordernd tippte ein Finger auf seine Brust. Eine Berührung an den Augenlidern. Er schlug sie auf. In Launs Augen, der im Rollstuhl saß, erschien er riesenhaft, wie er in seinem Kimono vor ihm stand. Der Nylonstrumpf, den er sich über den Kopf gezogen hatte, gab sein Gesicht bis unter die Nase frei. Er kette Launs den Rücken zu und schlüpfte aus dem Kimono. Seine mächtige Rückenmuskulatur bewegte sich leicht über der sorgfältig ausgeführten Tätowierung eines Schwanzes, der sich von seinem Gesäß sein rechtes Bein hinunterschlang. Dann drehte der Drache ganz langsam seinen Kopf herum und sah Launs über seine Schulter hinweg an. Als er lächelte, kam seine zerklüftete Mundhöhle zum Vorschein. Allmächtiger Herr Jesus, stieß Launs mit angehaltenem Atem hervor. Launs saß nun in der Mitte des Raums mit Blick auf die Leinwand. Dola Heid hinter ihm war wieder in seinen Kimono geschlüpft. Möchten Sie wissen, was ich bin? Launs versuchte zu nicken, worauf die Rückenlehne an seiner Kopfhaut zerrte. Mehr als alles andere, ich hatte nur Angst, sie zu fragen. Dann sehen Sie. Das erste Dir zeigte Blake's Bild von dem großen Menschen Drachen mit den ausgebreiteten Flügeln und dem peitschenden Schwanz, wie er über der mit der Sonne bekleideten Frau stand. Können Sie jetzt sehen? Ja, ich sehe. Grasch zeigte ihm Dola Heid nun die anderen Dias. Klick. Mrs. Jacobi am Leben. Sehen Sie? Ja. Klick. Mrs. Leeds am Leben. Sehen Sie? Ja. Dola Heid, der Drache außer Rand und Band, die Muskeln gespannt mit der Schwanz-Tätowierung darunter über dem Bett der Jacobis. Sehen Sie? Klick. Mrs. Leeds wartend, ihr Mann tot neben ihr. Sehen Sie? Ja. Klick. Mrs. Leeds danach, Blut verschmiert. Sehen Sie? Ja. Klick. Freddy Lownes, ein Foto aus dem Tettler. Sehen Sie? Sehen Sie? Bitte nicht, nicht mich. Warum haben Sie diese Lügen über mich geschrieben, Mr. Lownes? Die Polizei hat mich dazu aufgefordert. Sie haben mir gesagt, was ich schreiben soll. Sie haben Graham zitiert. Graham war es, der mir diese Lügen gesagt hat. Werden Sie von nun an immer die Wahrheit schreiben? Über mich? Über meine Entwicklung? Sie zittern, und dies völlig zu Recht in meinem Angesicht. Doch ist es nicht Furcht, was Sie mir schuldig sind, Lawrence? Sie und alle diese anderen von Ignoranten. Sie sind mir Ehrfurcht schuldig. Danach verließ Dullerheit den Raum. Als Dullerheit zurückkam, trug er noch immer die Maske. Er hatte zwei Thermosflaschen und ein Lunchpaket bei sich für ihren Nachhauseweg. Er hielt eine Thermosflasche hoch. Bevor wir losfahren, werden wir aber noch einiges auf Band aufnehmen. Er befestigte ein Mikrofon an der Decke über Lownes Brust. Sprechen Sie mir jetzt schön nach. Nach einer halben Stunde waren Sie fertig. Das wäre alles, Mr. Lawrence. Sie haben Ihre Sache sehr gut gemacht. Lassen Sie mich jetzt gehen? Ja, es gibt jedoch eine Möglichkeit meinerseits dazu beizutragen, dass Sie mich besser verstehen können und mich nicht vergessen werden. Ich will Sie ja auch verstehen lernen und vor allem sollen Sie wissen, dass ich Ihnen unendlich dankbar dafür bin, dass Sie mich wieder freilassen. Von jetzt an werde ich mich Ihnen gegenüber wirklich ganz fair verhalten, das wissen Sie doch. Dullerheit konnte nicht antworten. Er hatte sein Gebiss ausgetauscht. Das Tonbandgerät lief nun wieder. Er lächelte Lawrence an, diesmal mit braunen, fleckigen Zähnen. Dann legte er Lawrence seine Hand aufs Herz und beugte sich zärtlich zu ihm hinab, als wollte er ihn küssen. Doch er biss Lawrence die Lippen ab und spuckte sie auf den Boden. Morgengrauen in Chicago, drückende Luft und graue, tiefhängende Wolken. Ein Sicherheitsbeamter trat aus der Eingangshalle des Tettler-Gebäudes und rauchte am Straßenrand eine Zigarette. Einen halben Block hinter der Ampel, dem Blicken des Beamten entzogen, kauerte Francis Dullerheit im Fond seines Kombi neben Lawrence. Er drapierte die Decke so, dass sie eine tiefe Kuhle bildete und Lawrence Kopf darin verschwand. Lawrence hatte entsetzliche Schmerzen. Er wirkte wie betäubt, doch sein Verstand arbeitete mit fieberhafter Schnelligkeit. An gewisse Einzelheiten musste er sich unbedingt erinnern. Seine Augenbinde stand über der Nase leicht ab, sodass er in dem dadurch entstehenden schmalen Spalt Dullerheids Finger erkennen konnte, wenn dieser seinen blutverschmierten Knebel überprüfte. Dullerheids schlüpfte in einen weißen Sanitätskittel, legte Lawrence eine Thermosflasche in den Schoß und rollte ihn aus dem Kombi. Als er die Sperre für die Räder des Rollstuhls einlegte und sich umdrehte, um die Rampe in den Kombi zurückzuschieben, konnte Lawrence unter seiner Augenbinde hervor ein Ende der Stoßstange des Kombi erkennen. Als er nun herumgedreht wurde, wanderte sein Blick an der Stoßstange entlang, ja, über das Nummernschild, nur für den Bruchteil einer Sekunde, aber dennoch brannten sich die Ziffern unauslöschlich in Lawrence Gedächtnis ein. Und dann wurde er in Bewegung gesetzt, Gehsteigränder, um eine Ecke und über den Rinnstein. An einer geschützten Stelle zwischen einem Müllcontainer und einem geparkten Lastwagen brachte Dollarheit den Rollstuhl zum Stehen. An seinem Ohr eine leise Stimme. Sind fast da. Die Augenbinde wurde ihm abgenommen. Blinzeln Sie, wenn Sie mich hören können. Dollarheit öffnete mit Daumen und Zeigefinger Launs Auge. Launs sah direkt in Dollarheids Gesicht. Dollarheit riss Launs die Decke herunter und öffnete die Thermosflasche. Launs bäumte sich am ganzen Körper auf, als er das Benzin roch. Die Haut seiner Unterarme riss von den Lehnen los, sodass der Rollstuhl unter dem Zug zu knarzen begann. Das Benzin fühlte sich kalt an auf seiner Haut und während die Dämpfe in seine Nase stiegen, wurde er plötzlich wieder auf die Straße hinausgerollt. Na, was halten Sie davon, Grahams Haustier zu spielen? Freddy! Das Schnippen eines Feuerzeugs, fast unmittelbar gefolgt von einem dumpfen und dem Rollstuhl wurde ein kräftiger Stoß versetzt, sodass er die leicht abschüssige Straße hinunter auf das Tettler-Gebäude zurollte und ging in die Räder. Der Kopf des Sicherheitsbeamten zuckte erst herum, als ein gellender Schrei den brennenden Knebel davonfliegen ließ und dann sah er das Flammenentferno auf Rädern durch Schlaglöcher holpernd auf sich zukommen. Vom Fahrtwind zog der heranrollende Feuerballmächtige Schwingen aus züngelnden Flammen, schwärzlichem Rauch und sprühenden Funken hinter sich her, deren Spiegelungen ruckartig von Schaufenster zu Schaufenster entlang seiner Bahn hüpften. Schließlich geriet das brennende Gefährt ins Schleudern, krachte gegen einen am Straßenrand abgestellten Wagen und stürzte vor dem Eingang des Gebäudes um. Eines der Räder schien sich nach dem Sturz noch endlos weiter zu drehen, während die Flammen zwischen den blitzenden Speichen durchzüngelten und die brennenden Arme sich in einem letzten Aufbäumen des Verbrannten hoben. Es war geplant, dass Graham die überwachte Wohnung in Washington um 5.45 Uhr verlassen sollte, bevor der morgendliche Berufsverkehr einsetzte. Während er sich rasierte, rief Crawford an. Will, die Zahnspuchtel hat in Chicago Lounge erwischt. Er ist noch nicht ganz tot und verlangt nach dir. Lange kann er allerdings nicht mehr warten. Ich komme sofort. Triff mich am Flughafen. Die Maschine startet in 40 Minuten. Special Agent Chester von der Chicago FBI-Stelle erwartete sie in der Klinik. Laut Aussagen der Polizei von Chicago wurde Lounge in seiner Garage überfallen. Ich habe noch nichts von einer Personenbeschreibung gehört. Die Polizei hat ein Rundschreiben wegen einer Autonummer rausgegeben. Wie viel hat er verraten, wollte Crawford wissen. Alles. Ich sah mit der Falle den ganzen Plan. Ein großgewachsener Arzt mit einem eigenartigen gleichzeitig jungen und alten Gesicht, winkte Graham und Crawford zu sich. Mr. Lowndes Verbrennungen sind tödlich. Er hat Flammen eingeatmet, sodass seine Luftröhre und seine Lungen schwere Verbrennungen erlitten haben. Möglicherweise wird er gar nicht mehr zu Bewusstsein kommen und in seinem Zustand wäre das nur ein Segen. Mit einem Nicken zu dem Streifenpolizisten vor der Tür verschränkte der Arzt seine Hände hinter seinem Rücken und stellste davon wie ein Reier. Lowndes Kopf war hochgestellt, von seinem Haar und seinen Ohren war nichts mehr zu sehen und anstatt der verbrannten Lider waren über seinen blicklosen Augen Kompressen angebracht. Freddy, ich bin's, Will Graham. Lowndes wölbte seinen Hals vor wie eine Reflexbewegung. Der Luftschlauch, der seine versenkte und angeschwollene Luftröhre offen hielt, zischte leise im Takt der künstlichen Beatmung. Lowndes bewegte sich noch einmal, kurz und starb. Käpt'n Osborne von der Chicagoer Mordkommission hatte das spitze, graue Gesicht eines steinernen Fuchses. Auf seinem Schreibtisch lagen Ausgaben des Tettler herum. Er forderte Graham und Crawford nicht auf, Platz zu nehmen. Das Nummernschild, das Lowndes sah, war von einem Kombi einer Fernsehreparaturfirma in Oak Park gestohlen. Er hat also das Nummernschild eines Nutzfahrzeugs entwendet, weil er es selbst für ein Kombi oder etwas ähnliches brauchte. Er hat die gestohlenen Nummernschilder an dem Wagen der Fernsehreparaturfirma durch andere, ebenfalls gestohlenen Nummernschilder ersetzt, damit der Diebstahl nicht zu schnell auffiel. Verdammt gerissen, dieser Bursche. Und noch etwas wissen wir. Er muss die Nummernschilder irgendwann nach halb neun gestern Morgen gestohlen haben. Der Fernsehtechniker ist nämlich gestern als erstes gleich tanken gefahren und hat dann mit Kreditkarte bezahlt, mit den richtigen Nummernschildern. Ist niemandem ein Kombi oder Transporter aufgefallen, fragte Crawford. Nein. Wenn wir davon ausgehen, dass dieser Bericht im Tettler den Anstoß zu der Tat geliefert hat, heißt das doch gleichzeitig, dass die Zahnspuchtel ihren Plan in kürzester Zeit in die Tat umgesetzt haben muss. Der Tettler kam Montagnacht aus der Druckerei. Was bedeutet, dass er den Tettler sehr früh in die Hand bekommen hat oder dass er keinen sehr weiten Weg hatte, erwiderte Crawford. Er war demnach also bereits hier, oder er wohnt nur ein paar Fahrstunden von hier entfernt, vor Graham Ford. Wenn man bedenkt, dass er dieses Monstrum von Rollstuhlunmöglichem Flugzeug transportiert haben kann, er muss den Rollstuhl bereits gehabt oder zumindest gewusst haben, wie er an ihn herankommen konnte. Wenn er Freddy nur hätte kalt machen wollen, hätte er das problemlos in der Garage erledigen können, sagte Graham. Er hätte ihn in seinem Wagen verbrennen können, aber offensichtlich wollte er noch mit Freddy sprechen oder ihn eine Weile quälen. Entweder hat er das im Fond des Kombi gemacht oder er hat ihn irgendwo hingebracht, schaltete sich Crawford ein. Der Länge der Zeit nachzuschließen, dürfte er ihn irgendwo hingebracht haben. Und zwar an einen sicheren Ort. Falls er ihn gut eingepackt hat, hätte er sicherlich keinerlei Aufsehen erregt, wenn er ihn zum Beispiel in ein Altersheim gebracht hätte, meinte Osborne. Das Problem ist nur, dass er dort keinerlei Lärm hätte machen dürfen, gab Crawford zu bedenken. Mal angenommen, er hatte den Rollstuhl und er hatte Zugang zu einem Kombi und ihm stand ein geschützter Ort zur Verfügung, wo er sich ihn hätte vornehmen können. Klingt das nicht. Naja, wie bei ihm zu Hause? Osborne's Telefon klingelte. Er knurrte barsch in den Hörer. Was? Wiederholen Sie noch einmal, was er gesagt hat. Ich werde sofort einen meiner Leute hinschicken. Er ist in fünf Minuten da. Ja. Osborne starrte eine Weile, Gedanken verloren auf das Telefon, nachdem er eingehängt hatte. Vor fünf Minuten hat Lawrence Sekretärin einen Anruf bekommen, begann er schließlich. Sie schwört, es wäre Lawrence Stimme gewesen. Und er sagte etwas, etwas, das sie nicht recht verstand. Die Kraft des großen, roten Drachen. Bis ein Uhr morgens hatte das FBI in Washington alles vorliegen, was das eingesandte Material hergab. Freddy Lawrence war mit Servco Supreme verbrannt worden. Sorgfältiges Ausbürsten der Rollstuhlräderprofile hatte zweierlei Sorten von Teppichfasern zutage gefördert, Wolle und synthetisches Material. Schimmelspuren in den Profilen deuteten außerdem darauf hin, dass der Rollstuhl an einem dunklen, kühlen Ort abgestellt gewesen war, möglicherweise in einem dunklen Keller. Ein verregneter Mittwoch war zu Ende. Müde und durchnässt betrat Graham gegen neun Uhr abends seine Wohnung. So einen schlimmen Tag hatte er schon lange nicht mehr gehabt. Er machte sich einen großen Martini und rief Molly an. Sie hatte die Sechs- und die Zehn-Uhr-Nachrichten gesehen und den Tettler gelesen. Folglich wusste sie auch, dass Graham den Lockvogel gespielt hatte. Das hättest du mir sagen sollen, Will. Schon möglich. Ich hielt es trotzdem für besser, dir nichts davon zu erzählen. Wird er nun versuchen, dich umzubringen? Früher oder später. Im Augenblick dürfte das allerdings nicht ganz einfach für ihn sein, da ich ständig auf Achse bin. Außerdem werde ich rund um die Uhr bewacht, Molly. Was er sehr wohl weiß. Du brauchst dir also keine Sorgen, um mich zu machen. Will, ich möchte... Ich möchte mit Willi fort von hier. Und wohin? Zu seinen Großeltern. Sie haben ihn schon länger nicht mehr gesehen. Aha. Hm. Die Eltern von Willis Vater hatten in Oregon an der Küste eine Farm. Hier fühle ich mich einfach nicht wohl. Ich weiß zwar, dass wir hier eigentlich nichts zu befürchten haben dürften. Trotzdem schlafen wir nicht gerade viel. Es tut mir schrecklich leid, Molly. Wenn ich dir nur sagen könnte, wie leid. Du wirst mir sehr fehlen. Und auch, Willi. Wann willst du los? Morgen früh. Graham fühlte etwas in sich reißen. Ihm stockte der Atem. Du wirst mir sehr fehlen, Molly. Du mir auch. Pass gut auf dich auf, Liebling. Springfield, Missouri. 14. Juni. 43 Jahre früher. Erschöpft und von heftigen Wehen geplagt, stieg Marion Dolaide Trevane vor dem City Hospital aus einem Taxi. Sie hatte genau 60 Cent in ihrer Handtasche und in ihrem Bauch hatte sie Francis Dolaide. An der Aufnahme gab sie ihren Namen mit Betty Johnson an, was nicht stimmte. Sie behauptete außerdem, ihr Mann wäre Musiker und sie wüsste nicht, wo er sich gerade aufhielt. Das allerdings entsprach der Wahrheit. Vier Stunden später wurde sie in den Kreißsaal gebracht, wo Francis Dolaide zur Welt kam. Der Geburtshelfer bemerkte, dass er eher aussah wie eine plattnasige Fledermaus, nicht wie ein Baby. Eine weitere Wahrheit. Er wurde mit zweiseitigen Fissuren in Oberlippe und Gaumen geboren. Seine Nase war platt. Der Kleine konnte zwar atmen, aber nicht trinken. Wegen seiner Gaumenspalte war er nicht in der Lage zu saugen. Eine Schwester füllte ihm schließlich Milch durch ein Trinkröhrchen in den Mund. Am vierten Tag wurde Marion Dolaide Trevane in ein Privatzimmer verlegt. Man brachte ihr das Baby. Sie schlossen die Tür, als sie zu schreien begann. Am fünften Tag verließ sie das Krankenhaus. Allein. Ein Chirurg des City Hospital gab sich dennoch alle nur erdenkliche Mühe mit Francis Dolaide. Der kosmetische Erfolg dieser Operation war nicht gerade umwerfend. Ein Zahnarzt aus der Stadt erklärte sich bereit, einen Obturator anzufertigen, der den Gaumen des Kleinen verschloss, sodass beim Trinken keine Flüssigkeit in seine Nase geriet. Der Säugling kam dann ins Morgan Lee-Waisenhaus. In den Jahren nach seiner Geburt sollte Francis Dolaides Mutter lernen, für sich selbst zu sorgen. Als erstes fand Marion Dolaide eine Anstellung als Stenotypistin im Büro eines Wahlkampfleiters der Demokraten von St. Louis. Mit seiner Hilfe gelang es ihr, ihre Ehe mit dem verschwundenen Mr. Trevane annullieren zu lassen. Zwei Jahre nach der Annullierung ihrer Ehe hatte Marion Dolaide Howard Vogt, einen erfolgreichen Anwalt, mit guten Beziehungen zu den Demokraten in St. Louis und Kansas City kennengelernt und geheiratet. Vogt war Witwer mit drei kleinen Kindern und ein leutseliger, ehrgeiziger Mann mit politischen Ambitionen. Zu ihrer Mutter hatte Marion keinerlei Kontakt mehr. Doch Jahre später rief Michael Trevane Marions Mutter an. Er erzählte Mrs. Dolaide von dem missgebildeten Kind und behauptete, ihre schlechten Zähne wären der Beweis dafür, dass die Gaumenspalte durch die Dolaides vererbt worden wäre. Kurz vor Vollendung seines fünften Lebensjahres bekam Francis Dolaide zum ersten Mal Besuch im Waisenhaus. Die Dame war groß und hager, Ende 40, das Gesicht unter einer dicken Puderschicht, das Haar zu einem strengen Dutt geknotet. Was Francis ganz besonders an ihr auffiel und was er nie vergessen sollte, sie lächelte jedes Mal voller Zufriedenheit, wenn sie sein Gesicht sah. So etwas war ihm bis dahin noch nie passiert und er sollte auch niemanden mehr kennenlernen, der ähnlich auf seinen Anblick reagierte. Du kannst doch sicher deinen Namen sagen, komm, sag ihn mir. Der Junge strahlte. Das hatten ihm die größeren Jungen beigebracht. Er war begierig zu zeigen, was er konnte. Drei Tage später kam Großmutter Dolaheit ein zweites Mal ins Waisenhaus und nahm Francis mit nach Hause. Sie begann unverzüglich ihm Sprechunterricht zu erteilen. Dabei konzentrierten sie sich vorerst auf ein einziges Wort. Mutter. Fuchts Stern war im Aufsteigen begriffen. Er wurde als Kandidat für die gesetzgebende Versammlung aufgestellt und war außerdem als möglicher Delegierte für den bevorstehenden Verfassungskongress im Gespräch. Marion Vogt war eine treu sorgende, attraktive Ehefrau, wofür ihr ihr Mann ein schönes Haus in der Olive Street kaufte, das den passenden Rahmen für zahlreiche gesellschaftliche Empfänge bot. Francis Dolaheit hatte gerade eine Woche bei seiner Großmutter gewohnt, als sie mit ihm nach St. Louis fuhr. Großmutter hatte das Haus ihrer Tochter nie zuvor betreten. Entsprechend kannte sie auch die Bedienstete nicht, die ihr öffnete. Ich bin Mrs. Dolaheit, stellte sie sich vor und drängte sich an dem Mädchen vorbei ins Haus. Schau nach Mutter, los, lauf jetzt! Sie packte Francis an den Schultern und führte ihn auf die Treppe hinauf, bis er den breiten Flur erreichte und vor der offenen Schlafzimmertür stehen blieb. Mama saß an ihrem Schreibtisch und begutachtete in einem von zahlreichen Glühbirnen eingefassten Spiegel ihr Make-up. Sie hatte der Tür den Rücken zugekehrt. Mutter! stieß Francis hervor, wie Großmutter ihm beigebracht hatte und dann sah sie ihn im Spiegel. Sie gab ein kurzes Stöhnen von sich, das in einem Schluchzen endete. Danach besuchte Großmutter sämtliche Wahlveranstaltungen mit Francis, um allen, die es hören wollten, zu erklären, wer er war und woher er kam. Sie ließ ihn zu allem Hallo sagen. Mr. Vogt fehlten 1800 Stimmen zu seiner Wahl. In Großmutters Haus entpuppte sich Francis Dullerheids neue Welt als ein Wald aus blau geäderten Beinen. Großmutter hatte seit drei Jahren ein Altersheim geführt, als Francis zu ihr kam. Seit dem Tod ihres Mannes im Jahre 1936 war sie nicht mehr aus den finanziellen Schwierigkeiten herausgekommen. Als sie dann in der Zeitung von Marians Heirat mit dem wohlhabenden Mr. Vogt las, schien Großmutter das wie ein Fingerzeig Gottes. Sie schrieb mehrere Briefe an Marion und bat sie um Hilfe, ohne je eine Antwort zu erhalten. Francis Dullerheids spielte also auf dem Boden inmitten dieses Waldes aus blau geäderten Beinen. Er spielte Auto mit Großmutters Majongsteinen, indem er sie zwischen den wie knorrige Wurzeln verknoteten Füßen hin und her schob. Der fünfjährige Francis Dullerheids lag in seinem Zimmer im Obergeschoss von Großmutters Haus im Bett. Er musste dringend auf die Toilette, aber er hatte im Dunkeln Angst, sein Bett zu verlassen. Er rief nach Großmutter, die im Erdgeschoss schlief. Er rief so lange, bis er nicht mehr konnte. Und dann konnte er nicht mehr länger an sich halten. Die warme Flüssigkeit breitete sich über seine Beine und das Laken unter ihm aus, um dann jedoch rasch abzukühlen. Sein Nachthemd klebte an seiner Haut. Aber sie kam. Die Arme voller frischer Laken riss sie an der kurzen Schnur noch nie gesehen. Los, raus aus dem Bett. Sie packte ihn am Oberarm und zerrte ihn den Flur hinunter ins Bad. Sie stellte ihn auf die Klobrille und zog sein Nachthemd aus. Dann hielt sie eine Schere unter seinen runden Bauch an seinen Unterleib. Sie fühlte sich kalt an. Schau, forderte sie ihn auf und drückte seinen Kopf nach vorn, sodass er schneiden? Er versuchte zu ihr aufzuschauen, aber sie drückte seinen Kopf weiter nach unten. Er begann zu schluchzen, speichelt troff auf seinen Bauch. Wenn du noch einmal ins Bett machst, schneide ich ihn dir ab, hast du verstanden, und jetzt geh wieder ins Bett. Es war nicht leicht, ruhig liegen zu bleiben und schlaf zu finden, wenn er daran denken musste. Es war nicht leicht, in einer so hellen Nacht ruhig liegen zu bleiben. Er dachte an einen Einbrecher, der in das Haus eintrang, um sein Geschlechtsteil vor Großmutter zu entblößen. Doch wie sollte Francis sie vor einem Einbrecher schützen? Er war doch viel zu klein und schwach, um es mit einem starken Einbrecher aufnehmen zu können. Dieses Problem ließ er sich ausführlich durch den Kopf gehen. Da war zum Beispiel das Beil in der Speisekammer. Wenn er Großmutter wirklich liebte, dann hätte er es sein sollen, wovor andere sich im Dunkeln zu fürchten hatten, wovor der Einbrecher sich zu fürchten hatte. Er kroch die Treppe hinunter und fand das Beil. Er ging damit in Großmutters Zimmer, um sich zu vergewissern, dass sich dort auch keine Einbrecher herumtrieben. Großmutter schlief. Obwohl es in ihrem Zimmer sehr dunkel war, wusste er genau, wo sie lag. Wenn ein Einbrecher im Zimmer gewesen wäre, hätte er sich genauso lautlos an ihn herangeschlichen. Er hätte das schwere Beil genauso mit beiden Händen über seinen Kopf gehoben. Francis trat auf Großmutters Pantoffel neben dem Bett. Das Beil geriet in dem orientierungslosen Dunkel ins Schwanken und schlug metallisch gegen den Schirm von Großmutters Leselampe. Großmutter drehte sich im Bett herum und gab ein schmatzendes Geräusch von sich. Die Liebe, die Francis erfüllte, ließ ihn fast zerbrechen. Er schlich aus dem Zimmer. Er würde Großmutter beschützen. Er musste etwas tun. Er trat durch die Hintertür ins Freie. Die Liebe in ihm schnürte alles zusammen und er konnte sie nicht loswerden. Er ging im hellen Mondlicht auf den Hühnerstall zu. Der Boden fühlte sich unter seinen bloßen Füßen kalt an. Kalt schlug auch das Beil gegen seine Beine, als er zu laufen begann, bevor er zerplatzte. Noch nie hatte Francis solch alles erfüllenden köstlichen Frieden verspürt. Was Großmutter gütigerweise nicht abgeschnitten hatte, war noch immer wie ein Preis vorhanden, als er sich das Blut von Bauch und Beinen wusch. Sein Verstand war vollkommen klar und ruhig. Großmutter wusste nicht recht, was sie davon halten sollte, als sie das tote Huhn entdeckte. Einen Monat später fand sie wieder eines. Diesmal war dem Huhn der Kopf abgerissen. Wenn er im Bett lag, fasste Francis sich manchmal zwischen die Beine, um sich zu vergewissern, dass es nicht abgeschnitten worden war. In Großmutter vollzog sich eine sehr rasche Veränderung. Sie wurde zunehmend rechthamerischer, so dass es keine Hausangestellte mehr bei ihr aushielt. Sie lief laut fluchend durch das Haus und warf verschiedene Gegenstände gegen die Wand. Marion Dillahide Vogt kam zwei Wochen später nach einem Anruf des Sheriffs von St. Charles. Sie fand ihre Mutter schlafend vor. Zwei der alten Leute saßen noch immer am Esstisch und warteten auf das Mittagessen. Als Francis von der Schule nach Hause kam, waren gerade Marion, der Doktor und der Sanitäter in Großmutters Zimmer. Francis konnte Großmutter schimpfen hören. Als sie schließlich in einem der Rollstühle für die alten Leute herausgeschoben wurde, war ihr Blick glasig und an ihrem Arm war ein Stück Watte befestigt. Ohne ihr Gebiss sah ihr Gesicht fremd und eingefallen aus. Auch Marions Arm war verbunden. Sie war gebissen worden. Du kommst jetzt mit mir, Francis, erklärte sie und schritt auf den Wagen zu. Leg deine Füße nicht auf den Sitz. Großmutter wurde in eine private Nervenheilanstalt eingeliefert. Es sollte 14 Jahre dauern, bis Francis wieder mit ihr vereint wurde. Francis, das sind deine Stiefschwestern und dein Stiefbruder, sagte seine Mutter. Ned Vogt war zwölf, Viktoria dreizehn und Margaret neun. Francis bekam ein Zimmer am Dienstboten Aufgang. Seit der verheerenden Wahlniederlage von 1944 leisteten sich die Vogts kein Mädchen fürs Obergeschoss. Während der ersten Tage ignorierten die Vogtkinder Francis, so gut es ging. Doch am Ende der ersten Woche kamen Ned und Viktoria zu ihm hoch. Sie Heute sind sie die Ponys holen gekommen, sagte Viktoria. Keine Ponys mehr, zischte Ned, kein Sommerhaus am See mehr. Und weißt du warum? Los, antworte schon, du mieser kleiner Knilch. Vater ist in letzter Zeit immer häufiger krank und verdient nicht mehr so viel, schaltete sich Viktoria ein. Eines Tages wird er gar nicht mehr ins Büro gehen können. Und weißt du warum er krank ist, Hosenscheißer, setzte Ned nach, er ist krank wegen deiner hässlichen Fresse. Und deshalb haben ihn die Leute auch nicht gewählt, fügte Viktoria hinzu. Haut ab hier, setzte Francis sich zur Wehr. Und als er sich umdrehte, um die Tür zu öffnen, trat Ned ihn in den Rücken. Francis versuchte mit beiden Händen seine Niere zu erreichen, was nur seinen Fingern zugute kommen sollte, als Ned ihn in den Bauch trat. Ach Ned, stieß Viktoria vor, ach Ned. Ned packte Francis an den Ohren und hielt sein Gesicht ganz dicht vor den Spiegel über der Kommode. Deshalb ist er krank. Damit rammte Ned Francis Gesicht gegen den Spiegel. Deshalb ist er krank. Peng! Deshalb ist er krank! Peng! Der Spiegel war mit Blut und Speichel verschmiert. Dann ließ Ned ihn los, sodass er zu Boden sackte. So ließen sie ihn liegen. Sein Gesicht war nass von Blut und Speichel. Seine Augen tränten vor Schmerz. Aber er weinte nicht. Die ganze Nacht hindurch trommelte der Regen gegen das alte Haus über St. Charles, wo Francis Dollar High, 42 Jahre alt, es sich in seinem verstellbaren Sessel bequem machte. Zwei Filme neben seinen Projektor. Zwei sind noch übrig, auserwählt aus Dutzenden von Super-8-Filmen, die er im Betrieb kopiert und zur näheren Begutachtung mit nach Hause genommen hat. Der erste hat ein Wochenend-Picknick zum Inhalt. Eine nette Familie. Drei Kinder. Der stiernackige Vater greift ungeniert mit seinen Wurstfingern in das Gurkenglas. Und die Mutter. Den besten Eindruck von ihr erhält man während des Baseballspiels mit den Kindern. Gedanken versunken greift Dolarheit nach dem Film mit dem Baseballspiel und wirft ihn in den Abfallkorb. Dann nimmt er die Filmspule vom Projektor und sieht sich das Etikett mit der Adresse an. Bob Sherman Route 7 Tulsa Oklahoma. Auch gar nicht so weit zu fahren. Dolarheit wiegt die Filmspule in seiner Hand und legt dann seine andere darauf, als wollte er ein kleines Lebewesen festhalten, das zu fliehen versuchte. Dabei fällt ihm wieder die Hektik ein, die überstürzte Hast, die sich im Haus der Leeds breit gemacht hatte, sobald die Lichter angegangen waren. Er hatte sich Mr. Leeds annehmen müssen, bevor er Gelegenheit gefunden hatte, die Scheinwerfer für die Kamera einzuschalten. Dieses Mal wollte er dafür sorgen, dass die Sache etwas glatter über die Bühne ging. Es würde herrlich sein, sich zwischen die Schlafenden zu legen, während die Kamera bereits lief und sich eine Weile an sie zu kuscheln und dann würde er im Dunkeln zuschlagen und sich zufrieden und besudelt zwischen ihnen aufsetzen. In ihm sind keinerlei Rachegefühle, nur Liebe. Und er ist außer sich, er ist vollkommen außer sich, überströmend vor Liebe, während die Schermans sich ihm öffnen. Er könnte wo er sich solchen beschaffen konnte. Die Vergangenheit hat keinerlei Bedeutung für ihn, nur der kommende Ruhm zählt. Er denkt nicht einmal an das Haus seiner Mutter zurück. Er wusste, dass er dort nur einen Monat gelebt hatte. Allerdings konnte er sich nicht mehr erinnern, dass er im Alter von neun Jahren ins Heim geschickt worden war, nachdem er Viktorias Katze erhängt hatte. Im Alter von elf Jahren war seine Fantasie sehr rege und voll entwickelt und wenn der Ansturm seiner Liebe zu heftig wurde, verschaffte er sich Erleichterung. Mit kühlem Blick für die Folgen lauerte er heimlich allen möglichen Hunden und Katzen auf. Sie waren so zahm, dass es ganz einfach war. Wenn er sich dennoch hin und wieder, wenn auch selten bewusst mit seiner Vergangenheit beschäftigte, standen ihm durchaus genügend positive Erinnerungen zu Gebote, zum Beispiel an seinen Wehrdienst. Als er mit 17 ertappt wurde, wie er durch das Fenster in das Haus einer alleinstehenden Frau einzudringen versuchte, ohne dass die dahinterstehende Absicht je an den Tag gelangt wäre, stellte man ihn vor die Wahl, sich entweder vor Gericht zu verantworten oder zum Militär zu gehen. Er entschied sich für Ausbildung für Filmentwicklungstechnik, worauf er nach St. Anthony versetzt wurde. 1958 meldete er sich wieder zum Militärdienst, um bei dieser Gelegenheit Hongkong für sich zu entdecken. Hongkong hatte für jeden Geschmack das Passende zu bieten. 1961 wurde Großmutter in fragwürdigem Thorazin-Frieden aus der Anstalt entlassen. Lollerheit stellte einen Dringlichkeitsantrag auf frühzeitige Freistellung vom Militärdienst. Seinem Antrag wurde stattgegeben, worauf er unverzüglich nach Hause zurückkehrte, um sich ihrer anzunehmen. Einmal sah er auch seine Mutter wieder. Das war anlässlich Großmutters Begräbnis im Jahre 1970. Er schaute mit seinen gelben Augen, die den ihren so auffallend glichen, einfach durch sie hindurch oder an ihr vorbei. Sie hätte eine Fremde sein können. Neun Jahre lang lebte Dola Heid nach Großmutters Tod unbehelligt vor sich hin, ohne auch Er wusste, dass er wartete. Worauf allerdings wusste er nicht. Ein unbedeutender Vorfall verriet ihm, dass der Zeitpunkt gekommen war. Einen Film begutachtend wurde er sich plötzlich des Alterns seiner Hände bewusst. An diesem Abend trainierte er härter als gewöhnlich. An einer Wand von Dollar Heids Trainingsraum im Dachboden des Hauses war neben den Handeln und der Bank ein wandhoher Spiegel angebracht. Es war der einzige Spiegel im ganzen Haus, in dem er sich unbekümmert bewundern konnte, da er zum Training immer eine Maske trug. Er betrachtete sich sehr genau, während er seine Muskeln aufpumpte. Mit 40 hätte er problemlos an einem regionalen Bodybuilding Wettbewerb teilnehmen können, doch er war noch nicht mit sich zufrieden. Während besagter Woche stieß er auch auf das Aquarell von Blake. Es packte ihn sofort. Er sah es in einem großen Farbdruck in der Time, wo es zusammen mit einem Bericht über die große Blake Retrospektive in der Tate Gallery in London abgebildet war. Das Brooklyn Museum hatte den großen roten Drachen und die mit der Sonne bekleidete Frau der Tate Gallery als Leihgabe zur Verfügung gestellt. Ein Kunsthistoriker der Time äußerte sich dazu wie folgt, wenige dämonische Darstellungen in der abendländischen Kunst strahlen eine dermaßen albtraumhafte Intensität sexueller Energie aus. Um dies herauszufinden, brauchte Dollarheit den Begleittext nicht zu lesen. Schon seit dem zarten Alter von neun Jahren wusste er, dass er im Wesentlichen allein war und immer allein bleiben würde. Und nachdem er die 40 überschritten hatte, entwickelte er nun die lebhafte und blühende Fantasie eines Kindes. Sie trug ihn einen Schritt über das Alleinsein hinaus. In einem Lebensabschnitt, in dem andere Männer sich zum ersten Mal ihrer Isolation bewusst werden, fand Dollarheit eine Erklärung für die Seine. Er war allein, weil er einzigartig war. Mit der Inbrunst der Bekehrung stellte er fest, dass er, wenn er sich nur bemühte, wenn er nur seinen wahren, lange genug unterdrückten Trieben folgte, indem er sie als die Inspirationen, die sie tatsächlich waren, pflegte, dass er dann zur Erfüllung seines Seins gelangen könnte. Auf dem Aquarell ist das Gesicht des Drachens nicht zu erkennen, aber Dollarheit gelangte mehr und mehr zu der Überzeugung zu wissen, wie er aussah. Wenn er sich die Muskeln vom Training aufgepumpt im Wohnzimmer die medizinischen Filme ansah, steckte er sich Großmutters Gebiss in den Mund. Wegen seines entstellten Zahnfleisches und Gaumens passte es jedoch nicht annähernd, sodass er jedes Mal nach kurzer Zeit einen Krampf im Kiefer bekam. Daher begann er im Stillen an seinen Kiefern zu arbeiten, indem er mit aller Kraft auf einen Gummipflock biss, bis seine Kaumuskeln wie Walnüsse hervortraten. Im Frühling 1979 hob Francis Dollar Hyde einen beträchtlichen Teil seiner Ersparnisse von seinem Sparkonto ab und nahm drei Monate unbezahlten In seinem Reisegepäck befanden sich unter anderem auch die Zähne seiner Großmutter. Als er dann zurückkam, wirkte er ruhig und gelassener. Das Gebiss seiner Großmutter lag wieder in dem Glas neben ihrem Bett, sein eigenes Neues hatte er oben in seinem Schreibtisch weggeschlossen. Nun hatte er Zeit. Er hatte unbegrenzt Zeit. Die Jacobis waren die Ersten, die ihm bei seinem großen Werk behilflich waren, die Ersten, die ihn auf seinem ruhmreichen Werdegang begleiten sollten. Die Jacobis waren unvergleichlich. Sie waren besser als alles, was er bis dahin erfahren hatte, bis die Leeds gekommen waren. Und nun, da er wuchs an Kraft und Glanz, würden die Shermans in sein Leben treten und mit ihnen die neue Intimität von Infrarot. Um zu bekommen, was er brauchte, musste Francis Dollarheit sein eigenes Terrain in der Gateway Film Entwicklungsanstalt verlassen. Von den fünf Abteilungen von Gateway war Dollarheit Leiter der Größten. Er war für die Entwicklung der Schmalfilme zuständig. Daneben hatte Gateway Abteilungen, in denen es um die Entwicklung und Erprobung neuer Emulsionen für die Infrarot Aufnahmetechnik ging. In der Mittagspause ging Dollarheit also unter einem strahlend blauen Himmel zu Bäder hinüber. Dollarheit fand die Tür, nach der er suchte. Er drückte ein grünes Lämpchen aufleuchtete. Er betrat die Lichtschleuse und klopfte an die Innentür. Herein? Eine Frauenstimme. Kühle, vollkommene Dunkelheit, das Gurgeln von Wasser, der vertraute Geruch von D76 Entwickler und ein Hauch von Parfum. Ich bin Francis Dollarheit, ich komme wegen des Trockners. Ich zeige es Ihnen gleich, wenn Sie sich noch einen Moment gedulden. Machen Sie drei Schritte nach vorn, dort werden Sie links von sich einen Hocker finden. Er tat wie ihm geheißen und ließ sich auf den Hocker nieder. Er war ihr nun näher und konnte das leise Knistern ihrer Laborschürze hören. Nur noch eine Minute, dann können wir Licht machen. Er spürte einen Lufthauch, durchwebt von einem frischen weiblichen Duft, als sie an ihm vorbeiging. Dollarheit legte seinen Fingerknöchel an seiner Oberlippe, setzte seine nachdenkliche Miene auf und wartete, dass das Licht anging. Sie stand an der Tür und lächelte ungefähr in seine Richtung. Ihre Augen machten kleine unwillkürliche Bewegungen hinter den geschlossenen Lidern. In der Ecke sah Dollarheit ihren weißen Stocklehnen. Er nahm seine Hand vom Gesicht und lächelte. Reba McClain war etwa dreißig und hatte ein anziehendes markantes Gesicht, das Entschlossenheit ausstrahlte. Ihren Nasenrücken zierte eine kleine sternförmige Narbe. Ihr Haar war eine Mischung aus Weizen und Rotgold. Gesicht und Hände hatte die Sonne mit reizenden Sommersprossen gesprengelt. Jedenfalls wirkte sie inmitten der sterilen Atmosphäre der Dunkelkammer wie ein strahlender Herbsttag. Er konnte sie hemmungslos betrachten. Sein Blick tastete sie ebenso ungehindert ab wie die Luft. Miss McLean bräuchte etwas Infrarot Film und zwar hochempfindlichen Aufnahmeabstand etwa zweieinhalb Meter für den Zoo. Sie wollen dort verschiedene Nachtlebewesen filmen. Wann brauchen sie das Material? So um den Zwanzigsten jedenfalls nicht später. Ich brauche Ihnen ja wohl nicht extra zu sagen je empfindlicher das Material ist desto schwieriger ist es zu handhaben. So gegen vier Uhr testen sie ein paar Proben wenn sie sich die vielleicht ansehen wollen gut ich werde kommen. Ein eigenartiger Mensch dieser dolle Heid in seiner Stimme hatte sich keine verlegene Pause des Mitleids oder Mitgefühls bemerkbar gemacht als sie das Licht eingeschaltet hatte. Vielleicht hatte er bereits gewusst dass sie blind war. Aber vielleicht was noch besser wäre kümmerte es ihn überhaupt nicht. Das wäre zur Abwechslung mal etwas Erfreuliches. Die Vorführung erstreckte sich etwas in den Feierabend hinein. Reba McLean blieb sitzen während die anderen sich zum Gehen anschickten. Dolle Heid näherte sich ihr vorsichtig. Sie schien keine Hilfe zu erwarten. Er bot ihr keine an. Einer der Männer steckte noch einmal den Kopf zur Tür herein. Reba glauben Sie Sie kommen auch so zurecht? Ihre Wangen verfärbten sich leicht. Danke Danny Heid könnten Sie vielleicht Ich bringe Sie nach Hause erklärte er sich ziemlich spät bereit. Das ist nicht nötig aber trotzdem vielen Dank. Sie hatte mit diesem Angebot seinerseits gerechnet und wäre auch durchaus gewillt gewesen es anzunehmen aber es war nicht ihre Art jemanden dazu zu zwingen ihr zu helfen ich bringe sie nach Hause er berührte sie nicht so dass sie nach einer Weile aber der Dola Heid stellte doch eine Überraschung für ihre Finger dar er war so hart wie der Pfosten eines Treppengeländers aus Eiche sie konnte nicht ahnen welche Überwindung es ihn kostete sich von ihr berühren zu lassen während der Fahrt zu ihrem Haus sprachen sie kaum wollen sie noch auf einen Trink mit reinkommen lud sie ihn ein Dola hatte in seinem bisherigen Leben noch kein Dutzend Privatwohnungen betreten während der letzten zehn Jahre hatte er ganze drei betreten seine eigene die der Leeds und die der Jacobis kaum hatte sie die Haustür hinter sich geschlossen stellte Reba McClain ihren Stock in die Ecke sie bewegte sich plötzlich ganz frei und ungehindert stellte Musik an und hängte ihren Mantel auf und mixte die Drinks Dola Heid musste sich nachdrücklich ins Gedächtnis zurückrufen dass sie blind war er versuchte eine Unterhaltung zu beginnen damit sie sich seiner eindringlichen Blicke nicht bewusst wurde ein eigenartiges Gefühl eine Frau so lange von vorne ansehen zu können wie er wollte er saß steif auf der Couch seine mächtigen Pranken ruten auf seinen Knien sie ließ ihren Kopf auf die Sessellehne zurück sinken und legte ihre Füße Unterhaltungen strengten ihn immer ziemlich an aber es tat gut sie anzusehen sie hatte schöne Beine entlang seiner Arme breitete sich ein Gefühl für das Gewicht ihrer Beine im erschlafften Zustand aus auf ihrer Stirn bildete sich eine leichte Falte was sie als nächstes sagte versetzte ihn in Erstaunen dürfte ich mal ihr Gesicht berühren ich hätte gern gewusst ob sie lächeln wie würde sie wohl mit abgebissenen Fingern noch über die Runden kommen überlegte Dollar Hyde selbst mit seinem Alltagsgebiss hätte das für ihn kaum ein größeres Problem dargestellt als ein Baguette durchzubeißen er ergriff ihre schön geformte aber ziemlich verschrammte Hand mit Daumen und Zeigefinger um sie im Licht zu drehen und zu wenden glauben sie mir einfach wenn ich ihnen versichere dass ich lächle er hielt ihr Handgelenk über ihrem Schoß und ließ es dann los ich muss jetzt wieder los er musste weg von hier und nach Hause um sich von dieser Erfahrung zu erholen nachdem er gegangen war mixte sich Reba McLean einen weiteren Drink und machte es sich auf der Couch bequem sie hatte von ihm kein Fünkchen Mitleid ausgehen gespürt was ihr wichtig war an diesem Abend wollte Ralph Mandy sie abholen um mit ihr auszugehen er betete immer eine besonders hasenfüßige Leier herunter wie schwer er vom Leben gezeichnet und deshalb unfähig zur Liebe wäre der übervorsichtige Ralph erzählte ihr das eine Spur zu oft als dass sie nicht auf der Hut gewesen wäre sie wusste dass sie nie wieder würde sehen können aber es gab andere Dinge die sie noch erreichen konnte Dinge an denen sie ihre Freude haben würde Reba mochte Sex sehr gern aber schon vor Jahren hatte sie etwas grundlegendes über Männer lernen müssen die meisten von ihnen hatten schreckliche Angst sich etwas aufzubürden die Polizei von Chicago betrieb ihre Ermittlungen unter enormem Druck es wurde ein regelrechter Countdown bis zum nächsten Vollmond veranstaltet bis dahin waren es noch elf Tage bis zehn Uhr abends hatte Dollar Hyde bis zur Erschöpfung mit den Handeln trainiert seine Filme angesehen und sich selbst Befriedigung zu verschaffen versucht dennoch war er von einer unschillbaren Unruhe erfüllt heftige Erregung klatschte wie ein kaltes Medaillon gegen seine Brust wenn er an Reba McClain dachte er hätte nicht an Reba McClain denken sollen wenn sie nur die leiseste Ahnung gehabt hätte was sie da fast getan hätte wenn sie nur einen Funken seiner Glorie hätte spüren können doch das und gleichzeitig am Leben bleiben war unmöglich aber sie musste am Leben bleiben schließlich war er mit ihr gesehen worden und außerdem lebte sie in zu großer Nähe seines Zuhauses er hatte seine Gefühle Lecter mitzuteilen versucht doch Lecter hatte ihn hintergangen trotzdem war er immer noch bereit seine Gefühle mit jemand anderem zu teilen er hätte sie gern ein wenig mit ihr geteilt und zwar auf eine Weise dass sie am Leben bleiben konnte er trat ins Freie in den Sonnenuntergang hinaus in den langen bläulichen Schatten des Kombi bevor er geworden war was er nun war hätte er unter keinen Umständen etwas dergleichen gewagt doch nun wurde ihm bewusst dass er alles tun konnte alles einfach alles Reba McClain stitzte sich an seinen Schultern ab bis ihre Füße den Boden berührten sie spürte das vor ihr aufragende Haus wurde sich seiner Höhe durch das Echo der zufallenden Tür des Kombi bewusst fühlt sich kühl und sehr hoch an sagte sie im Salon ein großes Haus oder nicht und es ist alt die Einrichtung ist alt sie lassen sie mich mitkommen und selbst den Trink machen bat sie und schlüpfte aus ihren Schuhen er beschrieb ihr das Haus und den großen von einer Hecke umgebenen Garten es war nicht nötig viel zu sprechen sie hatte sich rasch ein paar Orientierungspunkte im Haus gemerkt während sie neben sich ein Beistelltischchen ertastete auf dem sie ihr Glas abstellte legte er eine Platte auf Dollar Heid schien der Raum mit einem Mal verändert er führte sie zu seinem bequemen Sessel und nahm selbst auf der Couch Platz sie war der erste freiwillige Besuch den er je zu Hause empfangen hatte und nun war der Raum in seinen und ihren Bereich aufgeteilt die Musik Debussy erfüllte leise den in die Dämmerung eintauchenden Raum Er fragte sie über ihre Zeit in Denver worauf sie ihm eher abwesend ein wenig erzählte als wäre sie in Gedanken ganz wo anders in die Stille hinein während er die Platte umdrehte meinte sie das Haus sie stecken voller Überraschungen die ich kann mir nicht vorstellen dass jemand sie wirklich kennt neulich haben mich ein paar Frauen von Gateway zu ihnen in den Kombi steigen sehen ich kann ihnen sagen die waren vielleicht neugierig und was wollten sie von ihnen wissen die werden einfach nicht klug aus ihnen fuhr sie fort jedenfalls finden sie sie sehr geheimnisvoll und interessant ist das etwa nicht schmeichelhaft haben sie ihnen gesagt wie ich aussehe ich habe sie nicht gefragt aber es stimmt sie haben mir gesagt wie sie finden dass sie aussehen ihnen haftet eine Art herber zurückhaltender Korrektheit an die ihnen gefällt sie sagen sie haben einen tollen Körper sie haben auch gesagt dass sie hinsichtlich ihres gesichts sehr empfindlich wären wozu jedoch nicht der geringste Anlass bestünde sind sie jetzt zufrieden sie trank ihr glas leer und stand auf wo sind sie überhaupt die sie wusste es wenn er sich zwischen ihr und einem der beiden Lautsprecher bewegte aha hier sind sie wollen sie wissen was ich darüber denke sie fand mit ihren fingern seinen mund und küßte ihn indem sie ihre lippen leicht auf seine zusammengebissenen zähne drückte sie spürte sofort dass der grund für seine verkrampftheit nicht widerwille war sondern schüchternheit er war perplex und könntest du mir jetzt vielleicht sagen wo das bad ist sie ergriff seinen arm und ging mit ihm den flur hinunter zurück finde ich schon alleine als sie in den salon zurückkehrte hörte sie ein vertrautes geräusch das surren eines filmprojektors nein ich möchte dass du hier bleibst ich muss mir nur kurz einen film ansehen das wird nicht lange dauern sie wusste wo die couch stand sie steuerte darauf zu sie spürte sein interesse er hatte nur angst aber er wollte dass sie blieb es bestand doch gar kein Grund für ihn angst zu haben na gut sie setzte sich er ließ sich auf das andere ende der couch nieder der projektor spulte noch immer zurück wenn du nichts dagegen hast würde ich mich gern ein paar minuten hinlegen aber weg mich falls ich einschlafen sollte ja als sie nun das glas auf ihrem bauch auf der couch schlag berührten ihre haarspitzen gerade noch seine hand neben seinem Oberschenkel Cobifilm ansehen wollen während die Frau sich im selben Raum mit ihm befand er wollte seine Blicke zwischen der Leinwand und Reba hin und her wandern lassen ihm war jedoch klar dass sie das nicht überleben würde doch die anderen Frauen hatten sie in seinen Kombisteigen sehen daran durfte er nicht einmal denken deshalb würde er sich nun den Film von den Shermans ansehen der Leute denen er als nächstes einen Besuch abstatten würde er würde sich das versprechen der ihm bevorstehenden Befriedigung ansehen und es in Rebers Anwesenheit tun sodass er sie nach Belieben betrachten konnte Reba McLean auf der Couch neben ihm bewegt sich leicht Dollar Heid spürt ein Gewicht und Wärme auf seinem Oberschenkel sie hat ihren Kopf darauf gelegt die Haut an ihrem Hals ist blass und das von der Leinwand reflektierte Licht spielt darüber Dollar Heid zittert seine Hose schnürt ihn Reba hat eine Entdeckung gemacht Kampfartig bedient sein Daumen die Fernbedienung Reba hat den Reißverschluss seiner Hose geöffnet plötzliche Angst durchzuckt ihn er hat noch nie in Gegenwart einer lebenden Frau eine Erektion gehabt er ist der Drache er braucht keine Angst zu haben Behende Finger befreien ihn aus seinem Gefängnis er muss seine Hände von Rebas Hals fernhalten auf jeden Fall Armlehne der Couch seine Finger bohren sich durch die Polsterung Reba legt ihren Kopf auf seinen Schenkel und dreht ihm ihre schimmernde Wange zu ihre Hand gleitet unter sein Hemd und bleibt auf seiner Brust liegen hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr überfahren flüsterte sie doch es war der Klang ihrer lebendigen Stimme der ihm nun wirklich einen Schrecken einjagte und er verspürte das unstillbare Vergnügen sich zu vergewissern ob ihr Herz noch schlug und es schlug noch sie hielt seine Hand behutsam an ihrer Brust fest na sowas du hast wohl noch lange nicht genug wie von gewaltiger Kraft durchströmt seiner eigenen oder der des Drachen hob er sie problemlos von der Couch nach oben schnell irgendwo hin schnell Großmutters Bett die Steppdecke aus Satin anschmiegsam unter ihren Körper warte ich zieh sie aus oh jetzt ist sie zerrissen macht nichts komm jetzt oh mein Gott du Süße ist das schön komm bitte nicht auf mich rauf lass mich auf dich lass mich machen zusammen mit Reba seiner einzigen lebenden Frau in dieser einen Seifen Blase aus Zeit eingeschlossen hatte er zum ersten Mal das Gefühl dass alles gut war es war sein Leben das er freigab neben ihr im dunkel liegen legte er seine hand auf sie und drückte sie sanft zusammen um den Weg zurück zu versiegeln und als sie schließlich eingeschlafen war lauschte Dola Haid verdammter Mörder von elf Menschen immer und immer wieder dem Pochen ihres Herzens und die ganze lange Nacht hindurch lauschte er neben ihr ängstlich auf das Geräusch seiner eigenen Schritte wie er in seinem Kimono die Treppe herunter kam einmal wachte sie auf und tastete verschlafen über den Nachttisch bis sie das Glas entdeckte doch klapperte nur Großmutters Gebiss darin als sie es hoch hob bis zum Morgengrauen war auch er in tiefen Schlaf gesunken als Reba McClain gegen neun Uhr aufwachte hörte sie seinen ruhigen Atem träge streckte sie sich in dem großen Bett er rührte sich nicht sie rief sich den Grundriss des Hauses ins Gedächtnis zurück als sie sich anhand dieser Details orientiert hatte stand sie leise auf und fand das Bad nachdem sie lange und ausgiebig geduscht hatte schlief er immer noch ihre Ertastete sie mit den Füßen und stopfte sie in ihre Handtasche sie schlüpfte in ihr Baumwollkleid griff nach ihrem Stock und ging nach draußen als Dollar Haid erwachte überfiel ihn momentane Verwirrung dass er sich nicht oben in seinem Zimmer befand seine gelblichen Augen weiteten sich als ihm alles wieder einfiel ein eulenhaftes herumdrehen seines Kopfes auf die oder war während der Nacht etwas passiert etwas das es zu vertuschen gegolten hätte man würde ihn verdächtigen er würde möglicherweise fliehen müssen er schaute ins Bad in die Küche schließlich entdeckte er sie von einem der Fenster im Obergeschoss im Garten Francis er wusste dass die Stimme aus seinem Zimmer kam er wusste dass es die Stimme des Drachen war diese neuartige Zweisamkeit mit dem Drachen verwirrte ihn er hatte sie zum ersten Mal gespürt als er seine Hand auf Riebers Herz gelegt hatte bis dahin hatte der Drache noch nie zu ihm gesprochen das war beängstigend Francis komm hierher er versuchte seine Ohren vor der nach ihm rufenden Stimme zu verschließen die auch noch nach ihm rief als er die Treppe hinunter eilte sie durfte nicht ins Haus zurück kommen er wusste nicht was im Haus noch passieren würde möglicherweise würde sie eine böse Überraschung erleben vielleicht kam der Drache nach unten ihm war nur zu deutlich bewusst wie leicht sie sich zerfetzen lassen würde Reba ließ ihr Urglas hoch schnappen und tastete den Zeigerstand ab sie würde die bald wecken müssen damit er sie nach Hause brachte sie hörte die Fliegengittertür zuschlagen er näherte sich ihr ganz behutsam als vermöchte allein der Luftzug seines Nahen sie zu Boden zu reißen doch er sah dass sie keine Angst vor ihm hatte sie schien weder beschämt noch verlegen über das was sie in der Nacht getan hatten und sie schien auch nicht wütend sie rannte nicht vor ihm davon noch überschüttete sie ihn mit Beschimpfungen er fragte sich ob der Grund hierfür war dass sie sein Geschlechtsteil nicht gesehen hatte Reba schlang die Arme um ihn und drückte ihre Wange an seinen mächtigen Brustkorb sein Herz schlug sehr rasch es war einfach wundervoll die prima ich fand es auch schön dolla heid hatte keine ahnung was ihm mit reba mclean passiert war oder warum es passiert war er war durcheinander von dem neuartigen angstgefühl gepeinigt in zwei teile gespalten zu sein sie bedrohte ihn und doch bedrohte sie ihn wiederum auch nicht da waren zum beispiel ihre erregend lebendigen bewegungen der hingabe in großmutters bett gewesen in vielen fällen war dolla heid sich erst im klaren was er fühlte wenn er zur tat schritt was er rieber mclean gegenüber fühlte wusste er nicht zu gewissen aufschlüssen hinsichtlich dessen verhalf ihm jedoch ein ärgerlicher Zwischenfall der sich ereignete während er sie zum tanken an eine self supreme tankstelle der tankwart war ein kräftig gebauter stumpfsinniger kerl der tankwart putzte mit wahrer begeisterung die windschutzscheibe und zwar vor allem auf der beifahrerseite und linste dabei rieber unter den rock dolla heid sah kurz von seiner brieftasche auf und ertappte ihn dabei scheiß kerl das es kam erstaunlich scharf heraus was haben sie denn der tankwart hatte in etwa dolla heids größe und statur aber nicht annähernd so viele muskeln dafür dass er bereits ein gebiss hatte war er eigentlich noch sehr jung außerdem war er sehr ungepflegt der grünliche film darauf widerte dolla heid an was ist dir mit deinen zehnen passiert fragte er leise hast du sie dir für deinen freund ziehen lassen du mieser schwanz lutscher glotzen hin stierst damit stopfte er dem tankwart das geld für öl und benzin in die hemdtasche und jetzt kannst du meinetwegen abhauen aber vergiss nicht ich könnte dich jederzeit einholen das tonband kam am samstag in einem kleinen päckchen das an will graham care of fbi hauptquartier washington adressiert war es war an dem tag als launz ermordet wurde in chicago aufgegeben worden eine kopie des bands ging wieder nach chicago zurück zu graham graham stützte sich mit beiden händen auf freddie launz klang erschöpft und verängstigt das abspielgerät gab jedes leise klicken der stopptaste wieder graham sah den finger auf der taste vor sich einen drachen finger sie haben viel zu befürchten von von meinen eigenen lippen werden sie noch etwas mehr erfahren was sie zu fürchten haben kurzes schweigen bevor ein grässlicher schrei ertönte graham wollte nicht an die arbeit zurück doch blieb ihm keine andere wahl der gedanke an valerie leeds verhalf ihm wieder zu neuer energie die leeds kannte er inzwischen ganz gut aber über die jacobis wusste er noch kaum etwas sein mangel an intimere kenntnis der jacobis quälte ihn deshalb versuchte hatten ein bild von ihnen zu machen das war alles was er hatte die nachlass akte der jacobis war fast zehn zentimeter dick und bestand größtenteils aus besitzaufstellungen ein nach dem umzug nach birmingham von grund auf neuer haushalt das war alles versichert und wie es die versicherungsgesellschaften forderten feinsäuberlich mit gerätenummer aufgeführt jacobi hatte ein wasserskiboot gehabt leeds hatte ein wasserskiboot gehabt jacobi hatte ein motorrad gehabt leeds eine geländemaschine graham befeuchtete seinen daumen und blätterte weiter der vierte auf der zweiten seite aufgeführte gegenstand war ein filmprojektor graham stutzte wie hatte er den nur übersehen können er hatte sich doch den inhalt jeder kiste in dem lagerhaus in birmingham genauestens vorgenommen und auf alles geachtet das ihm tiefe einblicke in das wesen der jacobis hätte gewähren können wo war der projektor es dauerte 15 minuten die liste der gelagerten gegenstände durchzugehen kein projektor kein film graham rief die mordkommission in birmingham ham an und verlangte bayern madcalf können sie mir vielleicht mit niles jacobi dem überlebenden sohn etwas weiterhelfen ich vermute dass er aus dem haus der jacobis einen filmprojektor und eine filmkamera hat mitgehen lassen nach deren ermordung ich hätte gern gewusst ob er sie gestohlen hat möglicherweise hat der mörder sie entwendet ich brauche diese filme ich muss sie mir unbedingt ansehen am montagmorgen ging francis dollarheid nicht zur arbeit er war in einem motel im westen von st louis und er wollte in der lage sein zu wählen in sechs tagen falls er so lange warten konnte würde er reba mclean töten unvermutet stieß er durch seine nase einen schrillen laut aus vielleicht ließ sich der drache darauf ein dass er sich erst der schermans annahm und dann noch bis zum nächsten vollmond wartete nein das war ausgeschlossen reba mclean wusste nichts über den drachen sie dachte sie hätte francis dollarheid vor sich sie wollte ihren körper auf francis dollarheid setzen sie hatte francis dollarheid in großmutters bett schlüpfen lassen es war einfach wundervoll die hatte reba mclean im garten gesagt vielleicht mochte sie francis dollarheid welche verdammenswürdige verirrung für eine frau solche gefühle zu hegen ihm war klar dass er sie deswegen hätte verabscheuen müssen wenn es nicht mit einem so beglückenden gefühl verbunden gewesen wäre reba mclean war schuldig francis dollarheid zu mögen eindeutig schuldig wäre der drache nicht gewesen wäre nicht die aus seinem werden erwachsene stärke gewesen er hätte sie nie mit in sein haus nehmen können er wäre nicht imstande gewesen mit ihr zu schlafen oder doch oh mein gott du süßer ist das schön ja das hatte sie gesagt sie hatte süßer zu ihm gesagt er wollte reba mclean dem drachen nicht überlassen er dachte darüber nach was der drache ihm antun würde falls er sich ihm widersetzte wie würde er darum herum kommen sie dem drachen auszuliefern es gab solch eine möglichkeit und als er sich ihrer bewusst wurde stand für ihn gleichzeitig außer frage dass sie einer blasphemie gleich gekommen wäre dennoch war es eine möglichkeit er stürzte ans telefon und wählte eine nummer in brooklyn montagabend neun uhr stellte graham vor der tür seines chicagoer apartments seinen aktenkoffer auf den boden als das telefon läutete hier spricht baren medcar aus birmingham ich habe sowohl gute wie schlechte nachrichten für sie die fehlenden gegenstände hat er entwendet natürlich hat er sie längst zu geld gemacht doch es existieren noch zwei filme soll ich sie gleich mit der ersten maschine nach chicago schicken das wäre nett von ihnen sehr gut baren ich bin ihnen wirklich sehr zu dank verpflichtet an dienstagen ist das brooklyn museum zwar für die breite öffentlichkeit geschlossen aber wissenschaftler und kunststudenten haben zutritt zu seinen räumlichkeiten kurz nach 14 uhr kam francis dollar hyde seine wissenschaftlichen unterlagen unterm arm die treppe der u-bahnstation hoch er hatte ein notizbuch einen katalog der tate gallery und eine biografie von william blake bei sich unter seinem hemd hatte er eine flache 9mm pistole einen totschläger aus leder und sein rasiermesser scharfes küchenmesser verborgen in seiner jackentasche steckte eine plastiktüte die ein chloroform getauchtes stück stoff enthielt seine verabredung war um 14 uhr 30 angst tröpfelte von seinem brustbein auf den bauch hinab er überquerte die straße zum eingang des museums bald konnte er alles bestimmen er nüsse knabbern saß crawford in der hinteren bank des vor führ raums was die überprüfung der zeitungsstände betrifft an denen die zahnspuchtel so rasch einen täter hätte bekommen können liegen mir inzwischen mehrere berichte aus chicago vor sowie jeweils eine aus cincinnati und detroit erklärte crawford graham ließ den film anlaufen eine angelpartie die jacobi kinder saßen mit simplen bambus angelruten und schwimmern am ufer eines teichs graham gab sich mühe sie sich nicht in ihren kleinen särgen unter der erde vorzustellen er versuchte sie nur beim angeln zu sehen er spielte den zweiten film ab eine geburtstagsfeier für den elfjährigen donald jacobi ein abrupter schnitt das haus sah ziemlich verändert aus die äußere kellertür ging auf und mr jacobi trug das rad in den garten feierlich stellte er es ab der film endete mit Donalds vorsichtiger erster probefahrt wirklich verdammt schade um diese leute bemerkte crawford aber das ist ja keine sonderlich neue erkenntnis graham war ein begriff sich den geburtstagsfilm noch einmal anzusehen auf der leinwand brachte mr jacobi gerade das fahrrad aus dem keller die tür fiel hinter ihm zu von einem haken im türrahmen hing ein offenes vorhänges schloss graham hielt den film an da deshalb hatte er den bolzenschneider dabei jack um das vorhängeschloss zu knacken und über den keller ins haus zu kommen ich weiß dass er einen bolzenschneider bei sich hatte er hat damit einen zweig gekappt der ihm im weg war als er von seinem versteck in der baumkrone das haus beobachtet hat warum hat er sich damit nicht über den kellereingang zutritt zum haus verschafft weil das nicht ging die stahl tür hat jacobi anbringen lassen bevor sie ermordet wurden wann hat jacobi die tür auswechseln lassen das weiß ich nicht offensichtlich jedenfalls nach dem geburtstag des jungen ich werde diesbezüglich gleich mal mit unserer außenstelle in birmingham sprechen crawford hatte seine bitte wohl mit einiger dringlichkeit geäußert da bereits keine vierzig minuten später die nachricht aus birmingham kam in der letzten april woche sagte crawford als er den hörer auflegte mein gott das wäre ja zwei monate bevor die jacobis umgebracht wurden weshalb sollte er das haus schon zwei monate vorher ausgekundschaftet haben keine ahnung aber eines kann ich dir versprechen er hat mrs jacobi oder auch die ganze familie gesehen bevor er das haus unter die lupe genommen hat rham ließ die filme ein weiteres mal durchlaufen erst den film von den leeds da war der hund der leeds obwohl er kein halsband umhatte und es in der nachbarschaft mehrere hunde gab hatte der drache gewusst welcher den leeds gehörte jetzt kam valerie leeds ihr anblick berührte graham auf eigenartige weise jetzt war hinter ihr die tür zu sehen in all ihrer verletzlichkeit infolge der großen glasscheibe ihre kinder spielten auf der leinwand den jacobis hatte graham sich nie so nahe gefühlt wie den leeds der film wühlte ihn außerordentlich auf jetzt erschienen die jacobi kinder auf der leinwand um das kopfende des esstischs aufgereiht in ihren gesichtern der widerschein der kerze auf den geburtstagskuchen einen augenblick lang zuckte vor grahams geistigem auge das bild des wachs fleckens auf dem nachttisch der jacobis auf die blutflecken in der schlafzimmerecke der leeds irgendetwas der film lief weiter die von der leinwand reflektierten lichter und schatten spielten über grahams gesicht jetzt kam die katze der jacobis der drache hatte gewusst dass sie den jacobis gehörte dann die innentür zum keller dann die äußere kellertür mit dem vorhänge schloss der drache hatte einen bolzenschneider mitgebracht der film war zu ende er löste sich von der spule und schnalzte im drehen immer wieder gegen die seite des projektors alles was der drache hatte wissen müssen war auf den beiden filmen zu sehen sie waren nicht öffentlich aufgeführt worden es gab keinen filmclub kein filmfestival graham sah auf die vertraute grüne schachtel in der den leads der film zugeschickt worden war ihre adresse stand darauf und die der gateway filmentwicklungsanstalt st louis mo 63102 graham rief sie st louis ins gedächtnis zurück was war gleich wieder mit st louis gewesen es war einer der wenigen orte wo der tetler schon am montag abend also am tag der drucklegung erhältlich war an dem tag bevor lounge entführt wurde herr im himmel stöhnte graham in birmingham überprüften fbi agenten vier fotogeschäfte bevor sie den laden ausfindig machten in dem die jacobis ihre filme hatten entwickeln lassen der geschäftsführer erklärte alle schmalen filme würden ohne ausnahme an dieselbe entwicklungsanstalt eingeschickt crawford löste gerade in einem plastikbecher ein alkaseltzer auf als über das lautsprechersystem der 727 die stimme einer stewardess ertönte mr crawford möchte sich bitte zu erkennen geben als er ihr von seinem platz am mittelgang zuwinkte kam sie auf ihn zu mr crawford würden sie bitte ins cockpit kommen vier minuten später kam crawford wieder zurück und ließ sich neben graham in seinen sitz sinken die zahnspuchtel war heute in new york nein nicht was du denkst er hat nur im brooklyn museum zwei frauen bewusst los geschlagen und dann jetzt kommt es ein aquarell aufgegessen er hat es gegessen ja gegessen sobald sie herausgefunden hatten welches bild er verschluckt hat hat sich unverzüglich die sonderabteilung für kunstdiebstähle eingeschaltet sie haben zwei partielle fingerabdrücke von dem plastik abzeichen das er im museum bekam sie haben sie vor hatte es gleich ordentlich leuten gehört zwar war mit ihrer hilfe keine identifizierung möglich aber es war derselbe daumenabdruck wie auf dem augapfel des einen liz jungen was für ein bild hat er denn gegessen ein aquarell mit dem titel der große rote drache und die mit der sonne bekleidete frau und was ist mit den frauen konnten sie den täter beschreiben ja still sehr kräftig gebaut dunkler schnurrbart und dunkles haar eine perücke nehme ich an aber er hat niemanden umgebracht seltsamerweise nein bemerkte crawford nachdenklich dabei wäre es für ihn vorteilhafter gewesen sie beide ein für allemal zum schweigen zu bringen bloom meint dass er vielleicht damit aufzuhören versucht in dolla hide war ein enormes risiko eingegangen und der Lohn dafür war dass er nun über die macht verfügte selbst zu entscheiden zum beispiel konnte er sich dafür entscheiden reba mclean am leben zu lassen er konnte sie behalten um jemanden zum reden zu haben und er konnte sie wegen ihrer erregenden aber harmlosen beweglichkeit in seinem bett behalten er parkte den bus hinter bäder chemical am straßenrand er wollte reba sagen dass er auf sie warten würde bis sie feierabend fähigkeit selbst zu entscheiden er konnte es gar nicht erwarten davon gebraucht zu machen rebas dunkelkammer war bereits abgeschlossen über der tür brannte weder ein rotes noch ein grünes licht der raum war nicht besetzt er drückte auf den klingelknopf keine reaktion er hörte schritte auf dem gang fisk personaldirektor von gateway eilte ohne aufzusehen mit einem dicken bündel von personalakten unter graham öffnete ihm solaheid blieb wie angewurzelt in dem dunklen flur stehen die tür zur personalabteilung schloss sich wieder solaheid rannte los seine laufschuhe machten auf dem glatten boden fast kein geräusch er sprintete über die straße und sprang ins führerhaus wo er sofort nach seinem koffer griff aus dem vollen magazin ließ er eine patrone in die kammer schnalzen und legte randete sich in den spärlichen verkehr ein er musste nun jeden schritt sorgfältig überlegen doch es fiel ihm unsäglich schwer einen klaren gedanken zu fassen während dolla heid langsam den lindberg boulevard hinunter fuhr zählte er mit seiner freien hand während er in gedanken die einzelnen punkte abhackte rieber stieß er lauter vor doch rieber konnte ihm jetzt auch nicht mehr helfen sie waren ihm schon ganz dicht auf den fersen und er war nichts weiter als eine miese kleine hasen schachte tut es dir nun endlich doch leid dass du mich hintergangen hast tief aus seinem innern wo sich das zerfetzte aquarell in seinen eingeweihten zersetzte ertönte die mächtige stimme des drachen das habe ich nicht ich wollte mich lediglich selbst entscheiden du hast mich beschimpft und gib mir was ich will und ich werde dich retten nein ich ergreife die flucht gib mir was ich will und du wirst grahams rückgrat brechen hören nein sie werden dich töten du wirst dich auf dem boden wälzen nein wenn du tot bist wird sie andere kerle ficken sie wird nein halt endlich den mund sie wird andere kerle ficken kerle die besser aussehen sie wird ihre hör auf halt den mund gib mir was ich will und es wird nicht so weit kommen gib es mir dann werde ich dich immer entscheiden lassen lass mich in Ruhe mit dir sprechen nach einem späten Abendessen mit Ralph Mandy wollte Reba McClain ihm sagen dass sie weiter mit ihm befreundet bleiben wollte aber dass sie nun eben jemand Neuen kennengelernt hätte an der Wohnungstür bat er sie nicht noch mit hineinkommen zu dürfen er ersuchte sie lediglich um einen Abschiedskuss eine Bitte die sie ihm gern gewährte er öffnete ihr die Tür und wartete bis sie nach drinnen gegangen war und die Tür abgeschlossen hatte als er sich daraufhin umdrehte schoss ihn Dollarheit einmal in den Hals und zweimal in die Brust ein dreimaliges kurzes ploppen aus der Dollarheit Mandys Körper vom Boden auf um ihn zu einer Stelle zwischen den Büschen vor dem Haus zu tragen und dort liegen zu lassen der Anblick Rebars wie sie Mandy geküsst hatte hatte Dollarheit tief getroffen doch dann wich der Schmerz auf ewig von ihm er sah noch immer aus wie Francis Dollarheit und klang auch ganz wie er der Drache war ein vorzüglicher Schauspieler Rebar wusch sich gerade das Gesicht als sie die Turglocke hörte wer ist da Francis Dollar Hyde sie öffnete einen spaltbreit die Tür ich dachte du hättest gesagt dass du mich anrufen wolltest die das hatte ich auch vor aber es ist furchtbar dringend damit trat er ein und drückte ihr gleichzeitig das chloroform getränkte Tuch gegen Mund und Nase sie konnte sich noch erinnern gütiger Gott was wollte er nur die stand an der Tür und dann wirkte sie an etwas kühlem und sie versuchte ihr Gesicht wegzudrehen aber um ihren Kopf legte sich ein stählerner Griff als Rieber aufwachte befand sie sich in dies Kombi sie erkannte die Resonanzen wieder Angst wallte in ihr auf was war nun los mit ihm Ralph Mandy er musste ihn vor dem Haus gesehen haben das hatte ihn durchdrehen lassen der Kombi hielt an gegen ihren Willen quiekte sie gegen den Knebel an und drehte ihr Gesicht von ihm ab als er sie berührte sanftes Tätscheln auf der Schulter hielt sie nicht davon ab sich unter seinem Zugriff zu winden es bedurfte schließlich eines kräftigen Schlags in ihr das Schlafzimmer in dem sie miteinander geschlafen hatten sie spürte schließlich das Bett unter sich er verließ den Raum dann hörte sie vor dem Haus Geräusche die Tür des Kombi schlug zu er kam wieder zurück stellte etwas auf den Boden Blechkanister es roch nach Benzin Reba hieß Stimme zweifellos aber so beängstigend ruhig so beängstigend ruhig und fremd Reba ich weiß nicht recht was ich dir sagen soll es war so schön mit dir und du weißt nicht was ich für dich getan habe aber ich habe mich getäuscht Reba du hast mich schwach und verletzlich gemacht und mir dann wehgetan sie versuchte gegen den Knebel anzusprechen wirst du auch brav sein wenn ich dir die Fesseln abnehme und dich aufsetzen lasse versuch nicht wegzulaufen ich könnte dich jederzeit wieder fangen wirst du also schön brav sein sie verdrehte ihren kopf krampfhaft zu einem nicken die berührung von kaltem stahl an ihrer haut gefolgt vom wispern eines messers durch stoff und ihre arme waren frei jetzt ihre beine ihre wangen waren an der stelle feucht an der er ihr zuletzt den knebel abnahm vorsichtig und ganz langsam setzte sie sich im Bett auf versucht ein bestes ich habe dir nie im Leben wehgetan die das stand nie in meiner absicht lass uns doch einfach nur gute freunde sein und miteinander ins bett gehen und uns ganz lieb haben aber vergessen wir doch diesen ganzen unsinn sei still jetzt werde ich dir etwas sagen das wichtigste was du je zu hören bekommen wirst ja die ich du sollst still sein habe ich gesagt Reba in Birmingham und Atlanta haben sich bemerkenswerte Dinge zugetragen zwei Personengruppen wurden verändert Leeds und Jacobi weißt du jetzt was ich meine es fiel ihr plötzlich ein und sie nickte sehr langsam weißt du wie sie das wesen nennen das diese menschen heimgesucht hat denk gut nach und dann antworte richtig irgendwas mit drachen drache roter drache er war ganz dicht über ihr sie konnte seinen atem auf ihrem gesicht spüren ich bin der drache vor der lautstärke und dem furchteinflößenden timbre der stimme unwillkürlich zurückzuckend schlug sie mit dem kopf gegen das kopfteil des betts der drache will dich rüber er hat dich schon immer gewollt ich wollte dich ihm nicht überlassen ich habe heute etwas getan damit er dich nicht haben konnte aber das war falsch von mir das war das war schritte 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 hinter sich rasch und energisch stürmten sie über den kies der Einfahrt auf sie zu ein stoß gegen die schulter wirbelte sie herum ein muskulöser arm unter ihrem kinn um ihren hals und dann drückte er unerbittlich zu bis das blut in ihren Ohren sauste während es zugleich zunehmend stiller und stiller wurde nach zwei Stunden war die Liste der weißen männlichen Angestellten zwischen 20 und 50 die einen Kombi besaßen vollständig sie umfasste 26 Namen Miss Tillmann Fisks Sekretärin fertigte Kopien der Liste an und verteilte sie Lieutenant Vogel ging gerade die Namensaufstellung durch als sein Piepser losging Daraufhin rief Vogel unverzüglich die Zentrale an Nachdem er kurz gesprochen hatte legte er die Hand auf die Sprechmuschel Mr. Crawford Jack ein gewisser Ralph Mandy 38 Jahre weiß wurde vor wenigen Minuten in University City erschossen aufgefunden er lag im Vorgarten eines Hauses in dem eine gewisse Reba McClain wohnt laut Aussagen der Nachbarn arbeitete sie bei Beda die Haustür ist nicht abgeschlossen aber sie ist nicht zu Hause Fisk rief Crawford Reba McClain was wissen sie über sie sie arbeitet in der Dunkelkammer sie ist blind Ralph Mandy arbeitet er hier er stand nicht auf der Personenliste hoffentlich ist Reba nichts zugestoßen bemerkte Miss Tillman ängstlich kennen sie sie wandte Graham sich ihr zu ich habe mich ein paar mal mit ihr unterhalten und wissen sie etwas über Mandy keine Ahnung der einzige Mann mit dem ich sie je gesehen habe ist Mr. Dollarhide ich habe sie mal in seinen Kombisteigen sehen wo arbeitet Mr. Dollarhide fragte Crawford weiter er ist für die Überwachung der entwickelten Filme zuständig schaltete sich Fisk ein wo ist sein Büro ein Stück weiter den Flur runter Crawford wollte eben etwas zu Graham sagen doch der rannte bereits los in Dollarhides Büro waren sie gerade dabei die Schubladen zu durchsuchen als Grahams Blick auf dem Terminkalender haften blieb er blätterte darin auf Samstag den 28. Juni zurück den Tag an dem die Jacobis ermordet worden waren der Donnerstag und der Freitag vor besagten Wochenende wiesen keinerlei Eintragungen auf er blätterte wieder zur letzten Juli Woche vor auch in diesem Fall keine Eintragung für Donnerstag und Freitag eine Notiz für Mittwoch lautete Amerika 552 3.54 6.15 Graham notierte sich die Eintragung Ich möchte sofort wissen wohin dieser Flug geht Graham betrachtete gerade eine Dose mit Gebisshaftpulver die in der untersten Schublade lag als Crawford durch die offene Tür rief der Flug geht nach Atlanta will los knöpfen wir uns den Burschen vor kaltes Wasser in Rebers Gesicht es floss in ihr Haar ein kaltes nasses Handtuch fuhr über ihr Gesicht alles wieder in Ordnung Reber Dola heiz ruhige Stimme glaubst du du kannst aufstehen wenn er seinen Arm um sie legte konnte sie stehen ihr Magen begehrte heftig auf er wartete bis er sich wieder beruhigt hatte nimm den Schlüssel von der Tür Reber komm rein und schließ ab häng den Schlüssel um meinen Hals setzte ich in diesen Stuhl sie setzte sich jetzt gib sie mir sie versuchte aufzustehen kräftige Hände auf ihren Schultern hielten sie zurück bleib ruhig sitzen sonst kann ich ihn nicht von dir fern halten erklärte er Dula Heid bitte versuch es flehte sie Reber für mich ist jetzt alles aus er machte sich in ihrer Nähe an irgendetwas zu schaffen der Benzingeruch war plötzlich sehr intensiv streck deine Hände aus befühl das mal nicht danach greifen nur fühlen sie ertastete etwas wie Nasenlöcher aus Stahl innen sehr glatt die Mündung einer Schusswaffe das ist eine Schrotflinte Reber eine Magnum vom Kaliber 12 der kalte Lauf kam in der Vertiefung unter ihrem Kehlkopf zu ruhen Reber ich hätte dir so gern vertraut ich wollte dir vertrauen es war so schön mit dir auch für mich war es sehr schön mit dir die bitte tu mir jetzt nichts für mich ist alles aus ich darf dich ihm auf keinen Fall in die Hände fallen lassen weißt du was er mit dir anstellen würde er würde dich tot beißen du kommst also besser mit mir sie hörte das Geräusch eines Zündholzes Schwefelgeruch drang in ihre Nase und dann vernahm sie ein abruptes dumpfes Zischen im Raum wurde es plötzlich merklich heißer Rauch Feuer Schluchzen ach Reber ich kann es nicht mit ansehen wie du verbrennst der Lauf der Flinte löste sich von ihrem Hals beide Schüsse lösten sich gleichzeitig als sie aufsprang die Ohren wie taub dachte sie erst er hätte sie erschossen sie wäre tot bis sie das dumpfe aufschlagen auf dem Boden mehr spürte als hörte der Rauch kam näher untermalt vom knistern der Flammen Feuer das Feuer riss sie aus ihrer Betäubung sie spürte bereits die Hitze in ihren Armen und in ihrem Gesicht bloß raus her sie trat auf Beine taumelte würgend und keuchend gegen das Fußende des Bettes sie war eingeschlossen eingesperrt geduckt gehend die Finger über den Boden tastend fand sie die Beine nein das andere Ende sie ertastete Haar einen behaarten Lappen legte ihre Hand in etwas Weiches unter dem Haar nichts als ein loses Auge der Schlüssel um seinen Hals schnell beide Hände an der Kette Beine unter ihr ein kräftiger Ruck sie stürzte rückwärts um sich sofort wieder hoch zu rappeln verwirrt drehte sie sich herum sie sahen den Lichtschein am Horizont bereits kurz hinter St. Charles Graham trat aufs Gas der Lichtschein wurde stärker während sie den Highway entlang brausten eine dicke funkensprühende Dann erblickten sie die Frau deren Silhouette sich schwarz gegen das Feuer abhob sahen wie sie die Polizei wagen hörte und ihre Arme hoch warf gleichzeitig loderten die Flammen nun bereits durch das Dach und die Fenster Öffnungen die brennenden Deckenbalken und Fensterrahmen beschrieben träge züngelnde Bögen in den klaren Nachthimmel und der in Flammen aufgehende Kombi kippte plötzlich zur Seite unten auf dem Weg Crawford nahm Reba einem Hilfssheriff ab der ihr mit der flachen Hand die Funken aus dem Haar klopfte erhielt sie an den Armen das Gesicht ganz dicht an ihrem das im Schein der Flammen rot erglühte Francis Dollar Hyde erschüttelte sie wo ist er da drinnen sie hob ihre rußgeschwärzte Hand in Richtung Hitze um sie gleich wieder fallen zu lassen er ist tot wissen sie das ganz sicher Crawford starrte in ihre blicklosen Augen ich war bei ihm bitte erzählen sie er hat sich mitten ins Gesicht geschossen ich habe meine Hand darauf gelegt er hat das Haus in Brand gesteckt und dann hat er sich erschossen ich habe meine Hand darauf gelegt er lag auf dem Boden ich habe meine Hand in die Wunde gelegt kann ich mich setzen der Wind der über die Szenerie hinweg strich peitschte Rauchfetzen über den Mond am nächsten Tag rief Graham vom FBI Büro St. Louis Molly an hallo Süße gute Nachrichten sieht ganz so aus was ist denn Molly nichts was sollte denn sein ich bin nur ziemlich geknickt Will du weißt doch dass ich auch hierher kam als Willis Vater starb sie sagte immer Willis Vater als handelte es sich dabei um eine Institution wir waren alle zusammen mit einem kleinen Unterschied ich bin nicht tot sei doch nicht so wie soll ich nicht sein du bist verrückt für einen Moment schloss Graham die Augen hallo Molly ich bin nicht verrückt mach was du willst ich rufe dich wieder an sobald ich hier klarer sehe ein FBI Beamter füllte gerade Ascheproben in eine Reihe von Blechdosen ab als Graham und Crawford vor den verkohlten Überresten von Dollar Heights Haus aus dem Wagen stiegen er war überall mit Ruß verschmiert und unter seinem rechten Ohr hatte sich eine deutlich sichtbare Brandblase gebildet er gab Graham drei Gefrierbeutel ein Beutel enthielt ein 13 cm langes Stück eines verkohlten menschlichen Oberschenkelknochens sowie eine Hüftgelenkkugel der zweite enthielt eine Armbanduhr der dritte das Gebiss die Gaumenplatte war schwarz verkohlt und gesprungen außerdem fehlte die Hälfte aber die vorhandene Hälfte wies den unverkennbaren seitlichen Schneidezahn auf Graham wollte mehr über Dollarheit wissen vor allem wollte er wissen was sich hier zugetragen hatte was den Drachen zu dem hatte werden lassen was er geworden war aber fürs Erste hatte er genug zurück in Sugar Loaf wünschten sich Graham und Molly nichts sehnlicher als dass zwischen ihnen alles weiter so sein würde wie es bisher gewesen war doch als sie merkten dass dem nicht so war lebte dieses unausgesprochene Wissen wie ein ungebetener Besuch mit ihnen im Haus die gegenseitigen Liebesbeteuerungen die sie sowohl im Dunkeln wie am Tag auszutauschen bemüht waren wurden einer Brechung unterzogen die sie irgendwie das Ziel verfehlen ließ nie hatte er Molly schöner und begehrenswerter gefunden sie gab sich Mühe liebevoll zu ihm zu sein doch sie war in Oregon gewesen und hatte die Toten wieder zu neuem Leben erweckt willie spürte das sehr wohl und verhielt sich Graham gegenüber entsprechend kühl und vor allem aufreizend höflich der fünfte Tag zu Hause war der letzte bevor Graham und Molly in Marathon wieder zu arbeiten anfangen mussten sie angelten in der Brandung sie hatten eine Stelle einen halben Kilometer den sanft geschwungenen Strand hinunter aufgesucht wo sie früher schon öfter Erfolg gehabt hatten die Expeditionen nahmen keinen guten Anfang schließlich stand Molly auf und streifte sich den Sand ab ich gehe mal ein paar Sandwiches machen sie war nicht lange weg und sie kam ohne die Sandwiches zurück sie schritt ziemlich rasch über den festen Sand am Rand der Brandungslinie auf sie zu Jack Crawford hat angerufen ich habe ihm gesagt du würdest zurückrufen aber er meinte es wäre dringend beeil dich Graham stapfte auf die Dünen zu er hörte ein tiefes surrendes Geräusch und er achtete sorgsam auf den Boden vor ihm auf der Hut vor einer Klapperschlange als er sich durch das Gebüsch zwängte plötzlich sah er Stiefel unter dem Laubwerk das Aufblitzen einer Linse und ein abruptes Hochzucken von Kaki und im nächsten Moment starrte er in die gelben Augen von Francis Dollar Hyde während gleichzeitig panische Angst in ihm auffallte das klicken der Entriegelung und eine Automatik kam zum Vorschein Graham trat danach als das Mündungsloch in der Sonne fahlgelb erblühte und die Pistole flog ins Gebüsch Graham stürzte auf den Rücken er verspürte plötzlich einen stechenden Schmerz in der linken Brusthälfte und rutschte Kopf voran die Düne hinunter Dollar Hyde machte einen gewaltigen Satz und landete mit beiden Füßen auf Grahams Bauch inzwischen hatte er auch das Messer gezogen und würdigte den schrillen Aufschrei der vom Wasser herauftrang nicht eines Blickes er drückte Graham mit beiden Knien in den Sand hob das Messer hoch in die Luft und stieß es ächzend nach unten die Klinge verfehlte ganz knapp Grahams Augen und drang tief in seine Wange ein Dollar Hight rutschte nach vorn und legte sein ganzes Gewicht auf den Messer Griff um es Graham durch den Kopf zu drücken die Angelrute gab ein pfeifendes Geräusch von sich als Molly damit nach Dollar Hights Gesicht hieb die mächtigen Haken drangen tief in seine Wange ein und die an sein Gesicht als sie zuschlug und diesmal bohrten sich die Dreifach Haken auch in seine Hand eine Hand frei die andere an seine Wange geheftet zog er das Messer heraus und stürzte auf sie los Graham rollte sich auf die Seite kam auf alle Viere und richtete sich schließlich ganz auf um dann mit verdrehten Augen heftig an seinem eigenen Blut würgend von Dollar Hyde Zerren stürzte hinter ihnen her die Leine verhedderte sich in einem Strauch und brachte Dollar Hyde unter einem lauten Schmerzensschrei zum Stehen bevor er auf die Idee kam sie mit seinem Messer zu Kappen Molly und Willi hatten 100 Meter Vorsprung als sie die Dünen hinter sich ließen siebzig als sie das Haus erreichten sie hastete stolpernd die Treppe hinauf riss Will's Schrank auf und dann wieder nach unten um ihm entgegen zu treten runter in die Küche hektisch fummelte sie an der Schusswaffe herum sie hatte die Pistole mit ihren beiden Händen gut im Griff als die Tür nach innen aufflog sie verpasste ihm ein hässliches Loch durch seinen Oberschenkel und sie schoss ihn mitten ins Gesicht als er an der Tür zu Boden sank und sie schoss ihn noch einmal ins Gesicht als er auf dem Boden saß und dann stürzte sie auf ihn zu um ihn zwei weitere Male ins Gesicht zu schießen während er alle viere von sich gestreckt an der Wand zu Boden rutschte an der Wand über dem Fußende des Bettes hing eine Uhr deren Ziffern groß genug waren dass er sie trotz der Medikamente und der Schmerzen lesen konnte als Will Graham schließlich sein rechtes Auge öffnen konnte und die Uhr sah wusste er wo er war auf der Intensivstation auf die Uhr zu sehen half ihm die Bewegung der Zeiger verhalf ihm zu der Gewissheit dass dies vorüber ging vorüber gehen würde dazu war es ja auch da die Zeiger standen auf vier Uhr er hatte keine Ahnung welches vier Uhr und es war ihm auch egal solange sich nur die Zeiger bewegten er dämmerte wieder ein als er das Auge neuerlich aufschlug stand die Uhr auf acht er sah Molly am Fenster als sie den Raum verließ gab er ein Geräusch von sich gelbes Licht als er Crawfords Gesicht über sich sah Graham machte auf dem Laken unter seiner Hand Schreibbewegungen darauf schob ihm Crawford seinen Notizblock unter Finger Willi okay schrieb er als erstes Ja es geht ihm gut antwortete Crawford und Molly ebenfalls sie ist die ganze Zeit hier gewesen während du geschlafen hast Sola Hyde ist tot Will Ich versichere dir er ist tot Ich habe ihm selbst die Fingerabdrücke abgenommen und sie von Price vergleichen lassen Es steht völlig außer Frage er ist tot Graham zeichnete ein Fragezeichen auf das Papier Dazu werden wir noch kommen Ich bin in der Nähe und wenn du dich besser fühlst werde ich dir alles erzählen Deine Augen sind lediglich von einer tiefen Stichwunde im Gesicht zugeschwollen Keine Sorge Sie haben das glänzend hingekriegt Aber es wird seine Zeit dauern Außerdem mussten sie dir die Milz rausnehmen Aber wer braucht schon eine Milz Eine Krankenschwester klopfte gegen die Glastür Ich muss jetzt gehen Bis später Molly war im Warteraum Crawford trat auf sie zu Molly Hallo Jack Sie sehen ja wirklich blendend aus Wollen Sie sich nicht für eine Gesichtstransplantation zur Verfügung stellen Molly ich bitte Sie Haben Sie ihn sich angesehen Ja Ich dachte erst ich könnte ihn nicht ansehen aber dann habe ich es doch gemacht Sie kriegen ihn schon wieder hin haben die Ärzte gesagt Möchten Sie dass jemand bei Ihnen bleibt Molly Nein Tun Sie bitte nichts mehr für mich Nach einem Papiertaschentuch fummeln wandte sie sich ab Er hörte das rasche tippeln von absetzen als sie aus dem Raum eilte Als Crawford vier Stunden später zur nächsten Besuchszeit kam war Graham wach Unverzüglich zeichnete er ein Fragezeichen aufs Papier Die Wie gestorben schrieb er darunter Crawford erzählte es ihm Graham lag währenddessen eine ganze Minute vollkommen reglos da Dann schrieb er Leiche Wir glauben dass es ein gewisser Arnold Lang war Er gilt als alles schön der Reihe nacherzählen Dollar Hyde wusste jedenfalls dass wir da waren Er hat sich aus der Entwicklungsanstalt davongestohlen und ist zu einer Servco Supreme Tankstelle an der US 270 gefahren wo Arnold Lang gearbeitet hat Reba McLean hat ausgesagt Dollar Hyde hätte am Samstag zuvor mit einem Tankwart Streit gehabt Wir nehmen an dass es sich dabei um Lang handelte Er hat Lang umgebracht und seine Leiche zu sich nach Hause geschafft Dann ist er zu Reba McLean gefahren Sie hat Ralph Mandy an der Tür zum Abschied geküsst Daraufhin hat Dollar Hyde Mandy erschossen und Reba McLean mit Chloroform betäubt und ebenfalls in sein Haus geschafft wo bereits die Leiche wartete Wie dem auch sei Er jammert ihr also vor Ich kann dich nicht verbrennen seht und pustet Lang mit der Zimmerschlüssel um Langs Hals gehängt Reba tastete nun also auf der verzweifelten Suche nach dem Schlüssel alles ab Dollar Hyde beobachtet sie aus sicherer Entfernung Von dem Flintenknall kann sie eine Weile so gut wie nichts hören mit Sicherheit nicht die leisen Geräusche die er macht Er hat zwar ein Feuer gelegt aber noch kein Benzin ausgegossen Aber er hat das Benzin bereit Reba schafft es das Haus zu verlassen so was Blödes hier kommt schon wieder diese Schwester Graham wollte Crawford noch etwas fragen aber es war schon zu spät die nächste fünfminütige Besuchszeit nahm Molly in Anspruch Graham schrieb ich liebe dich auf Crawfords Blog sie nickte und hielt seine Hand hier dann machte sie einen Kuss Mund und deutete auf die nahende Schwester die Schwester gab ihm etwas Demerol in seine intravenöse Kanüle worauf die Uhr vor seinen Augen verschwamm außerdem konnte er plötzlich nicht mal mit dem Sekundenzeiger Schritt halten er fragte sich ob Demerol auch Auswirkungen auf die Emotionen hatte mit seinem Gesicht würde er Molly noch eine Weile halten können jedenfalls so lange bis sie es endgültig wieder zurecht gepflegt hatten allerdings wäre das ziemlich unwürdig gewesen für was sollte er sie überhaupt halten er dämmerte allmählich ein und hoffte nur dass er nicht träumen würde er trieb zwischen Erinnerung und Traum dahin was gar nicht so schlimm war er träumte weder von Dollar Hyde noch dass ihn Molly verließ stattdessen verlor er sich in einem Mittelding aus Traum und Erinnerung das seinen Besuch in Shiloh zum Gegenstand hatte unterbrochen nur von Lichtern die in sein Gesicht schienen und vom Japsen und Zischen der Blutdruck Manschette es war Frühling kurz zuvor hatte er Gerrit Jacob Hobbs erschossen und nun war Graham in Shiloh an einem milden Apriltag ging er über die Straße zum Bloody Pond frisches Gras noch hellgrün wuchs auf der Böschung zum Ufer hinunter das klare Wasser war über das Gras gestiegen was jedoch unter der Wasseroberfläche noch deutlich sichtbar war und es schien als wäre der ganze Grund des Teichs von frischem grünem Gras bewachsen Graham wusste was sich hier im April 1862 zugetragen hatte als er sich ins Gras setzte spürte er die Feuchtigkeit durch seine Hose dringen ein Touristen Auto fuhr auf der Straße vorbei und kaum war es wieder verschwunden bemerkte Graham wie sich auf dem Asphalt etwas bewegte der Wagen hatte eine Hühnerschlange überfahren und ihr Rückgrat zerquetscht sodass sich das Reptil mitten auf der Straße in endlosen Achten unablässig um sich selbst schlängelte wobei manchmal sein schwarzer Rücken manchmal sein fahler Bauch zum Vorschein kam obwohl Graham unter der warmen Frühlingssonne leicht schwitzte jagte ihm die ehrfurcht gebietende Atmosphäre des Ortes einen kalten Schauer über den Rücken immer schwindelig Die Schlange wandte sich weiter um sich selbst Er stand über ihr um sie schließlich an ihrem platten trockenen Ende hochzuheben und sie in einer langen fließenden Bewegung wie eine Peitsche schnalzen zu lassen Ihr Gehirn wurde in den Teich geschnellt Eine Brasse schnappte danach Er hatte Schilow für Verwunschen gehalten Die Schönheit des Ortes düster und unheilvoll wie die von Lilien Doch als er nun zwischen Erinnerungen und narkotisierten Schlaf hin- und hertrieb wurde ihm bewusst dass Schilow nichts unheilvolles anhaftete Dieser Ort war vielmehr vollkommen neutral Schilow mit seiner schönen Landschaft würde alles über sich ergehen lassen Die unverzeihliche Schönheit des Ortes unterstrich die Gleichgültigkeit der Natur der grünen Maschine Der Liebreiz von Schilow spottete jedem menschlichen Leid Er wachte auf und starrte auf die unbeseelte Uhr Dennoch konnte er nicht aufhören zu denken Die grüne Maschine kennt keine Gnade Gnade ist etwas das wir schaffen und aus den Teilen herstellen die über unser im wesentlichen reptiles Gehirn hinausgewachsen sind So etwas wie Mord existiert nicht Nur wir schaffen so etwas wie Mord und nur uns bedeutet es etwas Gehirn war sich nur zu deutlich bewusst dass er überall die Grundvoraussetzungen verfügte die zum Mord und vielleicht auch zur Gnade erforderlich waren Jedenfalls wusste er über Mord unbehaglich gut Bescheid Er fragte sich ob in dem großen Körper der Menschheit in dem universalen Bewusstsein aller Menschen mit ihrem Bemühen um Zivilisiertheit diese bösen Triebe die wir in uns unter Kontrolle halten sowie das dunkle instinktive Wissen um diese Triebe nicht genauso funktionierten wie das geschwächte Virus gegen das der Körper seine Abwehrstoffe bildet Er fragte sich ob nicht alte schreckliche Triebe das Virus waren dem wir den Pocken Impfstoff zu verdanken haben Ja Er hatte sich getäuscht was Shiloh betraf Shiloh war nicht verwunschen Verwunschen waren die Menschen Shiloh kannte kein Gut und Böse